Ray, hast du Setup geladen? Ja, ich bin ready. Alles klar. Reifen, Gucci? Alles gut, ja. Lenkrad geht? Ich werde gleich sehen, ob es geht. Okay. Map hast du eingestellt, den Bremsballang stimmt alles. Map stelle ich dann gleich um, weil ich mir nicht sicher bin, wenn ich es jetzt umstelle, ob das nicht dann bei jedem Boxenstop uns das wieder zurückresettet und dann sind wir am Ende immer bei zwölf, das ist nicht so geil, glaube ich. Aber Rest passt alles, ja. Sonst alles frisch und froh dir, ja? Immer. Ja, ich wollte gerade sagen, also Strategie ist wie immer bei einem 24-Stunden-Rennen. Das Rennen wird in der ersten Kurve entschieden, deswegen sende ich da voll rein und schauen wir mal, was passiert. Hast du was getrunken? Nein. Spaß. Hast du was getrunken? Ja, Wasser steht hier. Kommt immer schön rein da. Sehr schön. Rein in den Kanister. Gut. Dann viel Glück. Ja, danke, danke. Schon mal alles durchgehen. Chat, ich weiß gar nicht, ob die Vorhersage noch offen ist. Rinn. Zehn Millionen Feuerwerk. Alle Handys auf laut. Nee, das machen wir erst. Den Hinweis geben wir erst, wenn wir schlafen gehen. Jetzt bekomme ich Hunger. Ungünstig. Ja, dann hol dir doch was zu essen. Nee, jetzt geht der Start los. 90 Sekunden, Chat. Uuuuhu. Ich habe keine Windows-Updates gemacht. Meine Windows-Updates sind alle blockiert. Alle Rechner sind frisch und laufen. Ich habe auch mal die Sperre reingehauen. All righty, Chat. Here we go. Wieso? Was ist los, Nashi-To? Here we go. 24 Stunden Mount Panorama, ladies and gentlemen. Let's fucking go. Oh, du bist auf Seefahrt? Kannst du unterwegs gucken, Nashi? Ey, dann wünsche ich dir eine angenehme Fahrt, Bagger. Eine richtig angenehme Fahrt wünsche ich dir. Switch Prime ist... Das erste Mal den Berg hoch. Und das noch das langsamste Wahl. Und danach noch ungefähr drei Milliarden Mal. Ich habe keine Ahnung, wie viele Runden wir fahren werden, aber... Die Nacht wird sehr schön. Die Nacht wird wirklich schön. Nachts hier fahren ist geil. Eine Relle hier fahren ist geil. So, sind wir dann aktuell hier. Die 7. Here we go. Gleich mal vorne alles markieren hier. Nein. 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 All righty, Chad. Vordermann markiert, hintermann markiert. Let's go, baby. Kein Regen. Oder nicht. Wir springen dann gleich auf den Porsche halt drauf, um zu gucken, ob vorne irgendwas passiert. Ja, Mali ist mein, also A, ist es mein eigenes Rennen und B, ist es meine absolute Lieblingsstrecke und C, ist es 24 Stunden und D, haben wir ein ultra geiles Team, also... Natürlich freue ich mich da drauf. Also ich meine, das steht außer Frage. Also so absolut aus der Frage. Plus, dass wir noch viele schöne Sachen gekriegt haben von Sponsoren, die für euch sind. Wir haben Preise für die Fahrer organisieren können. Äh, aber dazu erzähle ich euch im Laufe des Streams nochmals. Das wird richtiges Festival hier. Also egal, wie es Rennen ausgeht. Nee, Reifen sind unbegrenzt, kein Regen. Wir fahren hier just for fun, volle Esserin. Dann geht's gleich los. Äh, Ray, nicht vergessen, auf Map 1 zu stellen. Hast du schon? Sehr gut. Ja. Hier, Maga. Nenn Heiermann für Sprit, damit ihr auch sicher ankommt. Top 10, let's go. Danke für den Heiermann. Moinsen, Maga. Oh, da kommt schon die erste Schlaferei. 50 Sekunden auf die 199. Was ist da los? Alrighty, Jetski. Let's go. Wir gehen auf die Gerade. Startet es. Mal sehen, wie die Honda wegkommt. Oh, der Porsche außen. Der Porsche außen. Ja, wir müssen den Platz frei. Ja, wir müssen den Platz frei. Wir müssen den Platz... Oh, der zweite Honda wurde aber ganz schön durchgereicht jetzt. Vorsicht, du hast direkt neben dir einen. Ich sehe das alles. Jetzt bitte nur Unfälle spotten erst mal. Okay. 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 Jetztぁ… Okay. 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 Der Porsche vorne. Nicht der Porsche, der Honda. Ja, der Start war gut. Zwei Plätze verloren, aber ist okay. Für die Sicherheiten. Also es war wirklich sicherer, sicherer fahren. So, zur Info, ich bin wieder auf Raid drauf. Weil da vorne die fahren ziemlich gut und gediegen. Ja, 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 ja. Ich bin auch auf Raid drauf. Doch, wir hatten eine gelbe hinten im Fahrerfeld. P9 ist okay. Wir haben einen Platz abgegeben. Das ist vollkommen legitim. Für die Sicherheit. Wir fahren halt 24 Stunden und kein Sprint drin. Deswegen ist es schon okay so. Easy, wie schnell bist du beim Intimuten in TeamSpeak? Weil ich habe natürlich keinen Knopf dafür belegt. Schnell genug. Habe ich noch. Also bisher noch ein Discord gemutet. By the way. Schnell genug. Okay. Schön. Don't do it. Richtig. War es nicht Bentley. Ich habe gerade geguckt. Ja. Warte, Dave. Ich habe gerade geguckt. In der Einführungsrunde waren es 3,6 Liter. Also fast schon für eine volle Runde war der Sprit verbraten. Theoretisch könnte Raid den Plan, den wir normalerweise machen würden, machen. Aber ich glaube, in den Stint 1 sollten wir ihn erstmal machen lassen. Naja. Ich glaube, er ist auch noch ein bisschen nervös. Also was heißt nervös? Stressig halt, ne? Ja, das ist klar. Wir waren in den ersten Runden und war in dem Druck. Aber hat er jetzt gerade super verteidigt? Ja. Spitzenmäßig. Oh, es ist gut, dass hier die Leute auch verstehen, dass das Rennen tatsächlich 24 Stunden lang geht. Ja, gut. Der Start war schon ein bisschen wild. Die haben ich schon gut reingehalten. Aber hat Ray gut gemacht. Tür einfach aufgemacht, gehen lassen. Ich habe es leider nicht gesehen. Ich war da ja direkt auf den Porsche drauf. Ja, der Bentley hier vorne, der hat schon mal, hat schon gut zugemacht. Aber war auch gut gefahren von dem Bentley. Sind die beiden sich sicher da vorne bei dem, was die da machen? Okay, gut. Ha, ha, ha. Okay. Na, der Bentley könnte noch zu dem Problem werden. Der ist ein bisschen schneller. Der kommt halt ein bisschen besser weg. Ja, gut. Das wird jetzt wahrscheinlich eh erst mal für uns ein bisschen Verteidigung sein. Ja, das ist ja okay. Solange Ray ganz gemütlich wegfahren kann, ist ja in Ordnung. Wir müssen halt 24 Stunden normal über den Bär kommen. Denn das ist alles gut. Genau. Oh. Oh, oh, oh. Solange wir nicht abgeschossen werden. Der Bentley dauert es, Alter. Ey, wir sind zu viert. Wir sind zu viert und wir haben einen Renningenieur. Den besten Renningenieur. Renningenieur auf Twitch haben wir. Also eigentlich sind wir fünf, aber Dave fühlt sich nicht, also fühlt sich nicht zu fahren. Aber er macht den Renningenieur für uns. Also er hat viel mit Sprit ausgerechnet und seinen Stilplan gemacht. Also so quasi die Mutti für uns. Betreut uns quasi außerhalb ein bisschen. Alter, 2-2-1, die Pace, ne? Leck mich am Arsch. Wahnsinn. Wir sind halt sieben Minuten drin, wir fahren 2-2er Pace. Und es ist jetzt gerade 31 Grad. Uff. Mhm. Pace von Ray ist super. Ja. Jo. Alter Falter, willst du mich verarschen? Der Honda vorne fährt 2-0-7. Boah, was? Alter Falter, was zum Fick? Der Honda vorne, äh, wo Kita drinnen sitzt, der fährt 2-0-7 auf dem vollen Pott. Das ist ja fast Quali-Pace von Michel. Das ist Quali-Pace von Michel, Alter. Und Michel ist schon echt ein sehr schneller Fahrer. Holy shit, Junge. Krank. Das ist einfach nur krank. Das ist richtig wild. Und danach kommt Huben mit 2-1-3, also... Aber könnte es sein, dass der Rennserver vielleicht auch ein bisschen flotter ist. Weil... Irgendwie hatte ich das Gefühl, also Michel hatte doch davor auch so ein bisschen... ...wieder gegrübelt, ob er... ...in Quali dann nicht nochmal die 1-59 unterbieten kann. Und ich glaube, am Ende wurde es auch schwer, die 2-Minuten-Zeit zu unterbieten. Ich weiß gar nicht, ob er es dann hinbekommen hat oder nicht. Oh, das könnte gefährlich werden. Und diese Bodenwelle dort. Aber der Bentley fährt echt fair, muss ich sagen. Jo. Also der kommt zwar nah ran, aber er macht auch immer wieder Platz. Oh, nein. Oh, nein. Zum Glück weiß er nicht, dass der Bentley quasi der Nachfolger von der Titanic ist und theoretisch keine Schramme bekommt. Egal, was passiert. Dave. Und der Nachfolger von der... Wir sind dann der Eisberg, oder was? Ja, aber der macht dann da meine Liegsbauung. Okay, verstehe, verstehe. Der Pferd halt bestätigt die Rundenzeit auch noch mit 208. Ja, moin. Boah. Ray schwitzt. Würde ich auch, wenn der nur noch 2 cm hintermiedert wäre. Ja, das Problem ist die Bentley-Kurve, weil der Bremszeit die Bentley-Kurve anders an als Ray. Ja. Oh, richtig krass. Kofferraum-Inspektion, ja. Entschuldigen Sie, Herr Held, dürfen wir mal bitte kurz in den Kofferraum gucken? Wir sind von der Queen höchstpersönlich. Oh, die Bentley-Kurve. Oh, 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 oh. Schön gefangen, großartig. Ja. Aber jetzt wird er wahrscheinlich den Kürzer ziehen. Jetzt muss er ihn vorbeifassen. Oh, 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 oh. Ich würde liften. Gut, Ray. Nice, Ray. Wie er dich gehört hat. Gut, Ray. Ray, du bist, das macht halt einen erfahrenen Fahrer aus. Man sollte halt wissen, wann man zurückzieht. Weil da hätte ich... Wenn ich jetzt zurückgezogen, das riskiere ich nicht, der parallel durchzugehen, wenn er schon vorne ist. Eine sehr gute Entscheidung, Ray. Weltklasse. Ich habe es hier quasi ins Ohr geflüstert. Du fährst uns fast mal gut. Mach weiter so. Ich sage mal, die Bodenwelle rechts im Knick ist halt auch fies. Wenn du genau in dem Moment dort lupfst, dann verlierst du das Auto. Zumindest beim Audi war es dann immer so. Also entweder voll oder so, wie es Ray gemacht hat. Oh, vorne wird auch noch angegriffen. Wer kommt hinter uns jetzt? Cracker. Äh, Cracky. Cracky Paul. Ja, die ersten beiden fahren einfach geistesgestört. Chat. Aber es sind zwölf Minuten. Danke an euch alle. Dann viel passieren. Für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, aus, peace, schubi, lüge. Moin. Aber man muss dazu sagen, dass wir ein relativ sauberes Rennen haben bis dato. Und das ist auf Bratwurst schon eine starke Leistung. Hm. Das ist Niklas, ja, vorne. Also Niklas, der mit uns gefahren ist, ja. Wahrscheinlich hat er wohl die 720, weil wir ein kleines Malheur. Wir haben ein bisschen den Anschluss verloren. Wer sitzt denn auf der 720? Unter-Scrollen? Ja. Äh, Blümmel. Blümmel, ja, okay. Blümmel. Äh. Untertitelung des ZDF, 2020 Ramon scheint wohl nicht so oft zuzugucken bei Endurance-Rennen. Menschen, die jetzt schon Angst um ihre Punkte haben, haben glaube ich noch nicht viele 24-Stunden-Rennen gesehen. Hey, Ramadaki, moinsen. Oh, nicht, dass die beiden sich da hinten auch noch treffen. Funkbar kurz Zwischenstand, jetzt müsste Raid zum Ende des Stints, auch wenn er nur 29 Runden jetzt volle Möhre fährt, wahrscheinlich auch noch in etwa einen Liter sparen oder anderthalb Liter sparen, aber da kommen wir später nochmal zu. Also was ist das theoretisch? Drei Runden mit Map 3? Ja, ungefähr. Ja, also drei volle Runden etwa. Zwischen Rime ist... Endlich wieder Zeit, ein 24-H-Rennen zu gucken. Nee, zum Glück gibt's die Nordschleife in ACC nicht, weil sonst würde es nur noch 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife geben, leider. Deswegen ist das ganz gut. Also nicht, dass ich es ja nicht mag, aber... Das würde man dann ausschließlich fahren, so wie Spar. Spar fährt man auch nur nonstop. Der hat auf die Mistisch gebremst, auf jeden Fall. Mhm. Und der Hinnemann hat das auch begrüßt. Oh, was ist da vorne los? Oh nein, 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 nein. Hast du gesehen? Sehr gut. Oh, sehr gut. Hat uns aber Todos super reagiert. Hat uns natürlich extrem Schwung gekostet. Jo. So. Ferrari, zieh. Nein. Manga, willst du anstupfen? Ja, Rudi. Er hat uns angestupst. Entspann dich mal da hinten. Weiter. Rudi, nicht nach 50 Minuten. Nein. Und das war der Treffer. Alter, was machen die Jungs hier? Seid ihr wahnsinnig? Bisschen aggressiv. Jetzt stech nicht rein. So, ich hoffe, ihr könnt mich noch hören, weil mein Stream ist gerade tot. Ja, wie höll ich? Sehr gut. Sehr schön. Das ist jetzt natürlich unschön, dass das auf dem Heck ist. Hoffen wir mal, dass wir nicht zu viel Schaden haben. Wenn wir Glück haben, ist das gar kein Schaden, wenn das wirklich einfach so vom Spiel einfach so netcode-mäßig berechnet wird. Gut, aber wenn es viel wäre, würde das Raison wahrscheinlich dann auch durchgehen. Ja, ja, alles gut. Nee, eigentlich ist der Ferrari gar nicht so langsam auf den Geraden. Wir haben nur gerade keinen Schwung gehabt, weil wir den Crash vorne beworben mussten. Alter, der Benz in er hat aber richtig Bock. Da ist Ray auch schon sehr spät auf Eisen. Ja, wir müssen ja mit dem Ferrari sogar früher bremsen als viele andere. Ja. Ja, kommen wir auch noch dazu. Stimmt. Don't do it. Nee, das brauchen wir nicht reporten, Finn. Das ist ein Rennunfall. Ne. Au, 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 Miezi, verdammte Sch... Oh. Ey, warte, warte. Entschuldigung. Nee, 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 das war eigentlich nicht, weil... da war... Gut, das hat Ray jetzt eh schon gesehen. Oh, da, you gotta be fucking kidding me. Was war das denn? Nee, die, die, die das mit au, au, au meinte ich gerade nicht, weil da nämlich gelb war. Ja. Bei Skyline. Oh, Alter, meine Katze hat gerade komplett alle Krallen in mein Bein reingejagt und sich hochgezogen. Oh, witzig mich verarschen. Jetzt ist die Frage, wie viel Schaden wir gerade abbekommen haben, weil nämlich der Honda ist irgendwie bei uns richtig rumweggeflippt an uns, wie ein Flummi. Das sah gerade sehr merkwürdig aus. Kann man auch noch sehen. Oh, fuck my life, Miezi. Oh, zu... ungünstiger Zeitpunkt. Wie viel Schaden hat die Katze gemacht, das sehe ich morgen, aber nicht so wenig. Meine Hose ist auch... gut geschädigt. Aber das tat weh. Dann hast du wahrscheinlich auch gerade diesen... mit der 166 noch mal angucken. Der hat ja komplett die Ideallinie, ist ja auf die Ideallinie gestanden bei Skyline und dann fährt er nachträglich noch in mich rein. Also... Ja, mal checken bitte. Halleluja, 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 Halleluja. Der ist an der Wand geditscht. Willst du gucken, oder? Oder soll ich gucken? Guck du mal. Nee, der ist auch so ganz komisch dann auch weggeflippt, nachdem es da zu einer eigentlich kleinen Berührung kam. Das sah ganz merkwürdig aus. Ja, der ist halt gegen die Wand gefahren. Na, ich würde das jetzt nicht reporten, ehrlich gesagt. Der ist halt gegen die Wand gegengedonnert. Guli! Die Frage, was die Berührung uns an Schaden reingedrückt hat, weil es sah merkwürdig aus. Nee. Auch das ist jetzt unangenehme Situation hier. Aber es ist auf jeden Fall nicht wenig Schaden. Wie viel Schaden hast du denn davon getragen, Ray? 38. 38 Sekunden? Können wir kurz quatschen? Ja, 38 Sekunden. Okay. Der ist halt in die Wand reingefahren. Und dann ist der von... Ja, aber wenn er da abkommt von der Strecke, dann muss er halt an der Seite warten. Der weiß doch, dass das so wie kommt. Der kann doch nicht dabei Skyline in die Ideallinie stehen. Du hast ja gesehen, ich habe die Kurve. Ich habe super abgebremst, habe trotzdem die Kurve nicht bekommen. Und ist halt... Ja. Ich reicht das einfach ein. Ja, eben. Danke. Ja, ja. Ouch. 38 Sekunden. Ich hatte erst gehofft, das wäre jetzt mit Reifenwechsel. Naja, wir haben ja vorher auch schon Treffer gehabt. Ja, aber 38 Sekunden, dass er dann auch so gut fahren kann. Halleluja. Wahrscheinlich ist das nur Topspeed-Verlust, wenn wir Glück haben. Welche Runde war das bei uns jetzt? Das musste jetzt vor zwei Runden gewesen sein, Runde 8. Also, glaube ich. Ansonsten muss ich nochmal kurz ins Replay reingehen. Vor uns ist was passiert? Ja, da ist ein Honda abgekommen und dann vor Skyline blöd wieder auf die Strecke gekommen und dann musst du so stark abbremsen, dass sie ja nebeneinander waren. Dann ist irgendwie der Honda rechts an die Wand und ganz merkwürdig an Ray weggeflippt. Okay, Damage? 38. Laut Ray, 38. Aber dafür, ja, keine Ahnung. Werden wir jetzt beim Topspeed sehen, was das jetzt auch ausmacht. Ah, ja. Wann ist das Auto überhaupt noch fährt mit 38 Sekunden Schaden? Ja, wir müssen jetzt aufpassen, ähm, orientiert ihr euch bei den, also bei den Reifendrücken, macht, fahrt ihr die selbst raus? Macht ihr quasi... Ja, fahren wir selbst raus. Also Reifendrücke werde ich dann vom Standard-Setup die dann nehmen, weil die perfekt für die Uhrzeit bei mir passen. Bei Ray müssen wir mal gucken, ähm, der hat jetzt, also oft hat halt Damage direkt einen Einfluss nochmal auf den Reifendruck, das ist irgendwie schwierig dann. Also Topspeed war jetzt eben durch Windschatten verfälscht, hatten wir jetzt gerade 285 drauf gehabt. Aber es ist trotzdem, selbst wenn, äh, vielleicht sind es auch nur 8 Sekunden Schaden, weil, vielleicht hat er es einfach nur gesehen, weil da sind ja die 30 Sekunden vom Reifenwechsel noch drin. Ja. Okay. Äh, Report ist raus, Ray. Alles klar. Gucken wir mal kurz rein, das müsste die 2-4er-Zeit sein, ne? Wie meinst du, Dave? Äh, eben die Runde müsse es gewesen sein, oder? Runde 9 war das. Wie? Unsere, bei uns Runde 9, wenn du auf uns drauf bist. Auf Skyline. Ah, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was war er? Ja, das war beim Zugucken, fühlt sich das genauso an, Dave. Ich mein, wie ist der denn da noch neben uns? Ja, der ist halt neben, nebenher auf der Switch Prime ist. Juh. Das könnte jetzt ein Report gegen uns geben. Ja. Sorry, das Team, aber der hat auf einmal vor mir ge... Oh, ist tatsächlich alles gemacht, so gut gewesen, ne? Mitten auf der Strecke ab, da kann ich nicht mehr reagieren. Deswegen hab ich ihm den Stutz gegeben. Oh Mann, was ist hier los? Der Ray hat gerade geredet. Kapi. Also jetzt kannst du reden. Weißt du ein Auto, oder? Bitte? Ne, ne. Ja, Bratwurst schlägt schon zu. Naja, das Ding ist halt... Man darf das Auto halt nicht überfahren, ne? Ne. Das ist das ganze Geheimnis dieser, dieser Strecke. Halt, das Auto nicht überfahren, sondern schön, schmeidig, immer eben weg. Oh, das mit dem AMG war aber auch echt schwierig. Er ist so unglücklich gelaufen. Ich weiß nicht, wird er jetzt nicht von Ray belangen, dass der da hätte reagieren sollen, weil... Was willst du denn da machen? Ja, eben vorm Dipper. Also ich meine, er hätte noch härter in die Eisen gehen können, aber... Also ich sag mal so, er hat, glaub ich, die Bremslichter dann gesehen, kurz vorm Dipper und dann, naja... Ja, also ich sag mal so, rein technisch gesehen geht's natürlich auf Ray, aber es ist so eine Situation, da musst du im Nachhinein mit der Lupe drauf gucken und... Natürlich, wie du sagst, man kann theoretisch noch mehr in die Eisen steigen, aber... Ja, wie viel musst du antizipieren können als Fahrer? Mhm. Wir wollen, das geht ja auch alles so schnell. Es passiert jetzt. So will ich auch mal. Die reporten das? Ja, können sie ja machen. Ich hatte ja ein gutes Recht. Richtig, und dann wird die Reku das halt entscheiden, ob es jetzt Rennunfall war oder nicht. Also 38 Sekunden Schaden sind es definitiv nicht. Nicht das Delta, was gerade Ray da drin hat. Das sind 8 Sekunden, bis jetzt wahrscheinlich 10 Sekunden. So, ja, 8,8 waren es, genau. In 38 war der Stopp. Ah, okay. Sehr gut. Danke, Dave. Bitte, bitte. Ah, guck mal, vor uns sind die beiden Mercedes sind zurückgefallen. Oha, was war da los? Also von aufhalten kann man nicht reden. Die letzte Runde war eine 2,2 bei 2er Pace, also so viel langsamer fährt, äh, fährt Ray aktuell nicht. Ich glaube, dass die Vorderen einfach eine viel, viel schnellere Pace waren. Also vor uns, also wirklich vor uns, der fährt 2,1, 8, 2,1, 8, 2,1, 7, 2,1, 9, 2,1, 6 und wir fahren 2,2. Deswegen ist das so hinterhergezogen. Und die hinter uns fahren 2,2, 2,3, 2,2, 2,4. Also Ray hält die Leute nicht wirklich auf. Alles gut. Ist selbst mit dem Schaden, 2,2, 3, hallo, das ist super gut. Mhm. Gut, das Auto ist aber unruhig. Schön, schön. Oha, schon gehabt. Ja, das Auto ist jetzt halt wirklich, glaube ich, unangenehm zu fahren. Ja, da war da diese fiese Bodenwelle da. Schöner Save. Die Reaktion. Jo. 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 Das ist die Bremsetanne. Wenn Stahlbremsen die quietschen. Ja, wir haben halt ein bisschen was zu tun, die Bremsen. Ja, wir müssen unbedingt gegen Mitternacht dran denken, dass wir die Bremsen wechseln. Ja. Ja. Das sind keine Keramikbremsen, das sind Stahlbremsen. Und auch Stahlbremsen quietschen. Wahrscheinlich wegen der Halbbarkeit. Ne, warte, das hat doch Godi letztens erklärt, Keramikbremsen sind im Vergleich zu Stahlbremsen sehr teuer und deswegen haben sie den Kompromiss genommen, dass die Stahlbremsen GT3-Fahrzeuge rein wichsen. Es gibt, ich glaube, Porsche Cup fahren in einem irgendwie anderen Porsche Cup fahren die Keramik, also nicht in dem Porsche Cup von Deutschland, aber irgendwo fahren die auch Keramikbremsen. Aber GT3s haben Stahl und das ist ein Kostenfaktor, also die Keramikbremsen waren im Verhältnis zu den Stahlbremsen sehr, sehr teuer. Und das kann sich halt auch dann nicht jedes Team leisten. Jetzt habe ich jetzt, glaube ich, mal ein bisschen Luft und auch in den Rhythmus reinzukommen. Ja, das war ein aufregender erster Stil bis hierhin. Ja, ja, gut. Das ist auch hier klar, ne? Oh, da war nochmal, between 77, äh, no future action. Äh, war das die 166, die wir abgeballert haben? Ja, ne, der uns abgeballert hat. Achso, okay. Okay. To the Honda is no further action? Ja. Dann sehe ich ehrlich gesagt auf uns keine Strafe zu kommen beim nächsten. Nö, ich auch nicht. Technisch gesehen wieder was anderes, weil hinten drauf knallt, aber, ähm, die sind 120. War der gerade nicht auf dem Server noch weiter vorne? Mhm. Der war, den haben wir gerade überrundet und da sind auch zwei gelbe Punkte jetzt. 120 hat irgendwie scheinbar ein bisschen mehr Probleme. Ja, der hat sich, glaube ich, nochmal eingeplankt. Äh, und die 19 stand jetzt irgendwie da an der Haarnadel. Nö, komm jetzt aber. Nee, Quatsch, gar nicht hier. Die erste Linkskurve hier, von der Doppel-Links. Mit fast da ein Connection nicht ist, oder? 27. 25 beweglich gar nicht mehr. Oder vielleicht Lenkrad-Ausfall oder so? Oh, das wäre natürlich bitter, ne? Mhm. Da hab ich doch vorhin richtig verstanden, wenn wir escapen, dann ist das Rennen vorbei, oder? Da hab ich das ein bisschen falsch verstanden beim Briefing. Bin ich mir gerade gar nicht so sehr. Ja. 720 ist es, fährt weiter. Ja. Und moin, das Name ich leider nicht erkennen kann, weil es so ein heftiges Blau ist, dass meine Augen da ausfallen. Ja, dieses heftige dunkelblau, was dann so, ja, strahlt. Kann ich nicht lesen. Okay. Ich glaube, wenn jemand jetzt überholen würde, dann würde Ray bei der Pace direkt dranbleiben können. Also wenn das passiert, dann funkt ihm gerne durch, dass er dann mal zwei, drei Ründchen auf Map 3 fahren kann. Weil wir werden definitiv ein bisschen auf Map 3 brauchen. Ich glaube drei, vier, vielleicht sogar fünf Runden werden wir brauchen auf Map 3. Ja. Ja. Kaminski vor uns. Ja, den hat's leider komplett zerwichst. Ja, Belastung. Ja, der war auf 5 unterwegs, glaube ich. Ah, ja. Auch. Den haben sie komplett zerknallen. Motormapping ist, also Mapping, für die Leute, die jetzt eventuell das verstehen wollen, das Motormapping, äh, gibt an, wie viel Zucht der Motor hat. Das heißt, auf 1 hast du volle Leistung. Das heißt, wenn du ins Gaspedal drückst, hast du so einen Anstieg, also direkt linier hoch. Wenn du auf Map 2 gehst, hast du ein bisschen einen leichten Bogen drinnen, bis zur Beschleunigung. Das heißt, du hast nicht von 0 auf 100. So, nochmal für alle. Wenn wir von Schaden sprechen, reden wir nicht von der Differenz des Boxenstopps, sondern wir rechnen immer mit dem Gesamtboxenstopp, dass es geklärt ist. Wenn ich von 39 Sekunden Schaden spreche, dann ist natürlich der Reifenwechsel und das Nachtagten schon damit Intus. So haben wir es immer gemacht und so werden wir es auch immer machen. Das ist einfach für die Berechnung, für das ganze Teams besser. So, und damit Ende. Ich konzentriere mich. Also haben wir 8 Sekunden Schaden jetzt. Also alles cool. Jo. Alles gut. Na ja, so wie wir das gedacht haben. Ja, gut, dass uns Ray das nochmal erklärt hat. Genau. Und dass wir gepackt haben. Alles gut. Alles gut. Jo. Und wenn wir jetzt von Map 3 sprechen zum Beispiel, dann hast du noch mehr einen größten Knick. Das heißt also, du hast nicht von 0 auf 100 gleich volle Motorleistung, sondern ganz langsam stetig ansteigen, weswegen du weniger Sprit verbrauchst. Hier ist es so, dass du immer versuchst, maximal 65 Minuten mit einer Tankfüllung durchzufahren. Hier bei dem Ferrari ist es so, dass der auf Map 1 einen Spritverbrauch zwischen 3,6 und 3,7 Liter hat. Das heißt, du würdest nicht die volle Distanz von 65 Minuten durchfahren können. Weswegen Dave, der jetzt das gerade im Hintergrund angesagt hat, das nebenbei ein bisschen durchrechnet für uns, dass wir trotzdem 65 Minuten durchfahren können und die maximale Anzahl an Runden rauskriegen. Das heißt, wir fahren ungefähr, keine Ahnung, ich sag jetzt mal 32 Runden Map 1. Und damit wir den vollen Stint ausfallen können, fahren wir noch 4 Runden auf Map 3, damit der Sprint funktioniert und hinhauen. Ne, bei mir gibt es keinen virtuellen Spiegel. Bentley ist gerade für die Spritplanung ein Segen, aber kann er bitte aus dem Weg gehen? Stimmt, irgendwie müsste er uns langsam mal vorbeilassen. Aber er glaubt wohl erst schneller als wir, gerade eine Outlab hatte. Ah, jetzt blickt er. Okay. Nice. Danke, Bentley. Oh, merci. Küsschen, Küsschen. Genau, man wartet halt ein paar Runden ab, wo man, wenn man vielleicht hinter irgendjemanden hängt mit Windschatten und dann stellt man auf Map 3 um, spart ein bisschen Sprit, sodass man nicht so viel Platz verliert. Dafür ist Dave da. Also Dave hat eigentlich eine der wichtigsten Funktionen heute. Weil das macht ein Fahrer oder auch die Spotter nebenbei nicht auch noch mit dazu. Dave hat das halt so ein bisschen im Blick, dass wir uns gut über die Runde bringen. Ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich extrem Bock drauf habe. Ich habe auch bei den letzten 24ern, wo ich dann auch mitgefahren bin, immer probiert dann eine Stints irgendwie um 4 Uhr, 5 Uhr beenden zu lassen, sodass ich dann die Nacht durchmachen kann und dann bis zum nächsten Mittag quasi nochmal alle möglichen Renningenieur-Aufgaben übernehmen kann. Ich glaube, in der Intensität werde ich das jetzt diesmal nicht ganz machen, aber wenn wir einen guten Plan verfolgen können nach und nach, dann würde da schon auf einem recht guten Weg sein, glaube ich. Oh. Mhm. Unsere Schinken. Ich stelle mir gerade Dave mit einem Teamhemd, dicken Headset und 20 Monitoren vor. Na nimm das Teamhemd weg und Headset und Monitoren, da bist du schon bei Dave richtig, ja. Ich wollte gerade sagen, statt jetzt ein Monitor, wenn auch ein Doppelsumbreiter hier ultraweit, aber auch ohne Teamhemd. Äh, TC1 und 2 ist relativ simpel. TC1, äh, also TC ist erstmal Traktionsportrolle. TC1 bedeutet, äh, wann das Ding reinkickt und TC2 wie lange das Ding reinkickt. Also wie lange geregelt wird. Kori gib mich, wenn ich falsch liege. Ich verwechsel das ständig, von daher sag ich nichts dazu. Ich mag Autos, die nur eine TC haben. Hahahaha, Dom. Hahahaha. Dave, das lese ich dir mal vor. Der LKW-Fahrer berechnet also euren Spritkapper. Ja. Das war gestern. Brillant. Und gestern einfach nach einem Quali einfach nur tot ins Bett gefallen. Komm mal Wäsche auf, ey. Du musst mir gossen. Dann hab ich mir auch gelegt. Ich hatte ein paar Gösse. Ähm, drücke nochmal ganz kurz ab gleich mit dem Discord, weil ich Discord jetzt grad nicht sehe. Ähm, gleich auf der Gegend gerade bitte mal jemand kommen. Bin da. Darf ich mal auf die Zeit gucken? Ähm, sind die Drücke im Discord? 26, 5, 25, 7, 26, 2, 25, 7. Das ist korrekt, Copy. Alles klar, danke. Dann kann ich den Boxenshop selber gleich managen. Oh. Danke dir. Kein Ding. Denk dran, dass du da vielleicht hinten raus noch ein bisschen Sprit, Spaß, 4, 5 Runden auf Map 3, ne? Also wenn du irgendwo günstig hinter jemanden hängst, äh, fahr vielleicht mal eine Runde mit Map 3. Ja, ich weiß aber nicht, ob, ob mir wirklich da eine Runde noch retten, wenn ich jetzt nur 5 Runden, äh, spare. Laut Dave ist das okay, der hat gegengerechnet. Ja, dann spare ich halt ab jetzt schon. Dann sehen wir's ja. Wenn du dich komfortabel fühlst. Können wir auf der nächsten Runden Ray durchgeben, äh, vielleicht mal ein, zwei Ründchen auf Map 3 zu fahren? Äh, hat er gerade gemacht. Macht er jetzt, hat umgeschaltet. Boah. Also, äh, Gizi hat es gerade durchgegeben. Habe ich gerade durchgegeben, Dave. Ja. Machen wir jetzt mal. Du, Ray hat nämlich gerade ein bisschen nachgefragt, wegen Reifendrücken und sowas. Da hat Gizi das gleich, äh, mit den Spritsparen auch noch mitgegeben. Nice. Das ist, äh, da muss man schon nichts mehr sagen. Über Telekinese funktioniert das schon. Haha. Haha. Naja, wenn wir Teamarbeit machen, dann machen wir Teamarbeit, Dave. Haha. Wenn schon, denn schon. Du sollst ja hier auch nicht umsonst arbeiten. Ja, aber geh aus meinen Gedanken raus. Hahaha. Ansonsten auf, äh, Startposition geblieben, das ist extrem gut bisher. Ja, also für das, was uns passiert ist. Auf jeden Fall. Äh, der Tank hat 110 Liter im, äh, Ferrari. Also für alle, wenn ihr diese Fragen habt und ihr vielleicht zum ersten Mal da seid und noch nicht so wirklich, äh, Verständnis dafür habt, aber euch das interessiert, stellt die Fragen, wir erklären euch das sehr gerne, weil, äh, ich glaube, wir freuen uns über jeden Zuschauer, der sich dafür genauso begeistern kann wie wir. Also, immer raus damit. Genau. Vielleicht versteht ihr dann die Faszination dahinter etwas besser, außer, oh, da fahren Leute 24 Stunden im Kreis. Yay. Hahaha. Wollen dann die spätere Faszination, wenn das eigentlich alles so ein bisschen wirkt, als würde man nur noch für sich fahren, aber am Ende, man wirklich rechnet und kommen wir noch den, können wir den noch schnappen und es wird dann auch noch spannend. Okay, wir sind von 1,8 auf 1,5, was wir sparen müssen. Wie, die sind auch auf Triple mittlerweile unterwegs. Ich dachte, du hättest den Ultrawide. Nee. Ich hab große Trappels geholt. Nice. Nee, ich hab, äh, ich hab Anfang des Jahres, als ich mein neues Rig von GSE bekommen hab, hab ich, äh, umgestellt. Hab mir 3,32er hingekommen. Beste Entscheidung, die ich je gemacht habe. Halleluja, 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 Halleluja. Fie, dankeschön für 11 Sapsmeier, warum auch immer. Christian. Welche Funktion hat die runde Leuchte über dem Totalaufkleber? Äh, das ist glaube ich der Indikator. Das ist Regenlicht. Genau. Und wenn du ein Pit Limiter anmachst, ballert das Ding auch durch. Danke an euch alle. Genau, bei einigen Autos blinkt es, bei einigen leuchtet es einfach nur. Das kommt immer aufs Autoprogramm. Ich glaub bei Ferrari blinkt es. Witzigerweise hab ich jetzt auch was gelernt, weil ich dachte immer, dass das nur für ein Pit Limiter hat. Ha! Nun gut. Da siehst du, wir ergänzen uns alle. Das hätte ich nicht gewusst. Das ist Dave, Jin, ja. Und das ist Dave Gaming, ja. Folgen sie Dave, folgen sie Ava, folgen sie Ray und nachher auch noch Michel. Das ist ein guter Content Creator. 0,4 Liter wieder wegbekommen. Sehr schön. Drei Runden und wir sind wieder auf Plan. Ja, nice. Ich würde sicherheitshalber noch sagen, dann nochmal auf einer Straight. Vielleicht bevor man die Box einbiegt oder so, aber es sieht gut aus. Oh, der Schindler irgendwie uns richtig eingeholt. Naja. Der kann halt vollfahren, übrigens. Aber der ist, glaub ich, auf dem Berg etwas langsamer. Ja, Godzilla ist ja in der Stadt aufgewachsen. Da fühlt sich auf dem Berg nicht so gut. Oh, der war gut, Dave. Der war gut. Der hat mich gehalten. Oh. Also wir sind gut auf dem Kurs mit dem Sprit, Ray. Vielleicht noch eine Runde. Wir haben gerade eine Drive-Thru erhalten. Warum? Ja, wahrscheinlich wegen dem Mercedes. Finde ich aber lächerlich. Aber der macht den Fehler davor. Fahr einfach weiter. Ja. Ja. Wir sind 501 und 777. Lab 11, Turn 21, causing a collision. Witzig. Äh, sag dem, dass er möglichst lang draußen bleiben soll. Das ist, äh... Das ist, äh... Weil hinter uns ist halt der riesen Train an Autos. Oh ja, ich seh's. Ach du Schande. Vor wir da mitten im Feld rauskommen, lieber erst noch zwei, drei Runden unsere Pace hier ausfahren. Okay, also... Hm. Der Honda hat nix gekriegt. Okay. Aber... Oh, oh, okay. Ha. Na gut. Stewards haben wir entschieden. Ja, das ist halt das Ding. Beim Honda war es halt, dass wir nebeneinander waren, zumindest. Aber hier war es halt, dass wir hinten waren. Und ich kann mir halt vorstellen, also rein technisch gesehen ist es halt eine unterschiedliche Art von Crash, auch wenn ich es nicht ganz nachvollziehen kann. Weil... Von der Notwendigkeit her, oder wie begünstigt das war, dass man da crasht oder nicht. Aber der Honda hätte da auf jeden Fall sehr stark ausweichen können. Bei uns war das halt sehr knifflig. Ja, müssen wir so hinnehmen. Der Ganze machen nix. Ja, wir müssen einfach mit dem arbeiten. Ja. Müssen wir einfach mal schauen. Wir haben bis... Also, was heißt denn, wir haben Glück. Immerhin ist hier die Durchfahrtsstrafe nicht so extrem ausgespielt, weil man ein bisschen was von der letzten Kurve abkürzt, ein bisschen was von der ersten Kurve abkürzt. Der vor allem, ja, wenn man ein Spa dagegen nimmt. Ja, das wäre übel gewesen. Ich kann mir vorstellen, dass du durchaus den Ausgang auch... Äh, Ray, bleib mal bitte so lange draußen wie du kannst, bevor du die DT absitzt. Ja, ich hätte ja eh vorher gehabt, erst am Ende, ja, wie auch immer. Ja, okay. Okay. Also, Spritbar, Sprachkohle sieht gut aus, machst du dann noch eine Runde und dann kannst du wieder voller Essen durchknattern. Papi. Gut. Müssen wir, was wir jetzt machen können. Und wir haben Abstand zum Nissan gewonnen, also die Strafe beflügelt Ray. Okay. Ja, definitiv. Wahrscheinlich fährt er gerade mit dem Messer zwischen den Zehen. Ja, fährt jetzt auch. Müssen wir die innerhalb von drei Runden antreten oder nicht? Innerhalb von drei Runden, also jetzt muss er reinkommen. Ja. Denk an, dass du denn auch rein musst dann, ne? Wie bitte? Du musst ja noch rein mit der DT, die läuft halt nach drei Runden. Ja, ja, ich habe jetzt noch eine Runde, also... Okay. Wieder. Jo, sorry. Ich gehe gleich auch mal in den Teamspeak. Ich glaube, dass er geht am meisten Sinn. Jo, ich glaube dann einfacher, dann weißt du, wann er redet. Äh, Durchfahrtsstrafe Keksow. Einmal, äh, Casco. Einmal durch die Boxungasse durchfahren. Ja. 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 Ja, ähm, ich würde jetzt halt reingehen, sicher ist sicher. Ich bin jetzt nicht sicher, wenn da one lab remaining steht. Dann geht es nicht. 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 Mach du, fahr rein, Ray. Ist okay. Okay. Nein. Bei der Safety, sorry. You are even. Ah, Dave, dann müssen wir das gleich machen. Sorry. Ich habe keine Rechte. Ist gut. Alles gut. Ich kann mich auch einfach, äh, hier offen lassen, dann hörst du, wenn ich mit ihm rede. Also, dann ist es einfacher für dich. Aber dann hört man das aber auch im Stream doppelt. Ich mache jetzt einfach Ray-Stream minimal laut an und dann höre ich, wenn er redet. Ja, das Positive ist, wir sparen halt ein bisschen Sprit durch die DT, ne? Du musst auch kein Fan von mir sein. Alles gut. Ich finde sie auch lächerlich, aber ich diskutiere da jetzt nicht drüber. Das ist halt so. Mein Gott, muss man akzeptieren, weitermachen. Das Rennen ist noch lang. Oder Einstellung, Ray. Ich weiß, egal, drauf geschissen. Dizzy, sag ihm mal, dass er noch links blinkt. Dein Blinker ist noch an, Ray. Kann ich jetzt wieder ballern oder? Du kannst ballern. Häng dich ran, baller, du hast Windschatten. Komm. Oh nein, das ist doch sogar hier gleich wieder der... der Mercedes, ne? Von Cracky. Ja. Ja. Ja, das ist der Mercedes, mit dem wir gerade durch die Strafe bekommen haben. Belasten, das wäre direkt hinter dem sie... Gut, die müssen sie eh eh vorbeilassen, aber trotzdem. Also auch mal jetzt für mein Chat und vielleicht auch der Chat von Ray. Strafen kann man nicht mögen. Das ist vollkommen okay. Das stundenlang zu zerreden und diskutieren, ist ehrlich gesagt für ein Rennvibe etwas doof. Weil man sich zu lange an den negativen Dingen aufhält und ich denke auch für uns als Fahrer slash Streamer ist es angenehmer, wenn wir solche Thematiken einfach relativ schnell abhaken und sagen, ey, es ist so, wir können es jetzt nicht ändern, wir gucken nach vorne und wir geben Gas. Weil das ist halt auch für, wie gesagt, die anderen Fahrer sehr, sehr stressig. Oder für den Fahrer, dass sowas halt im Chat lange diskutiert wird. Weil ändern können wir es nicht. Das ist richtig. Das ist richtig. Oh. Wild. Wow. Dieses Knöinal, ey. Oh. Ai, ai, ai. Der hat Bock, der Bentley. Sehr gut Ray. Schön. gleich mal auf der geraden ein zwei beruhigende worte er ärgert sich gerade sehr schon weg hat er ja hat sich ein zweimal dann noch aufgeregt verliert gerade die zeit aber schaden kann es nicht top 10 ist drin kappen das sieht aktuell sehr sehr gut aus das mal abzuschütteln dann sammeln dich noch mal kurz für den rest jetzt hin ist kacke jetzt aber auch nicht erinnern es ist gut wir kommen wieder nach vorne wesentlich schneller als die meisten vor dir also von daher ist alles gut dreh ruhig nur zu raven alles entspannt weil sonst in meinem stream glaube ich ein leichtes echo ne mein stream nicht ach so der ist bei mir ja bei euch schuldigung ja mache ich mache ich habe ich habe ich habe es kann manuell habe ich mich gerade im disco selbst verzeihung ist so eine andere alles gut ich habe das halt immer drin gelassen weil ich sehe das immer als feature weil dann wissen eigentlich alle bewährt mit wem redet dass das doppelt da ist also aber mache ich alles gut alles gut es gibt schlimmeres aber du fährst den drei und vier richtig gut er stand jetzt kann ich voll durch ballern die letzten zwei runden oh nein oh nein oh nein oh gott doch man ist nicht auf die bremse oh rey du wilder rey du wilder leckt der was der band lieber euch auch er bis ok ich glaube diese und die jungs sind aus südafrika ok ja gut das sagt ja stimmt da ich sehe den ping you gefährlich hallo bumble ist das der bau will es ist der bau will beim will also egal was kommt denn du wolle ich nicht von mir der leck des todes ja du kannst dich gleich rein fahren also ja eine runde noch genau eine runde noch hängst sich hinten dran und dann machst du hartem Reset und dann geht's los. Aber du fährst wirklich richtig gut, Ray. Ehrlich. Richtig starke Leistung. Ja, reden wir nachher drüber. Jetzt hab ich einen kleinen Kopf für. Alles gut. Das greifen wir eingestellt und Sprit. Copy. Sehr gut. Na dann, auf in die letzte Runde. Immer beim Berg. Nice, kein Erfolg. Mich pushen jetzt. Ghost, das bin nur ich. Entschuldigung. Ja gut, der lässt ja den Damage noch reparieren. Vielleicht haben wir dann Glück und der Bentley, das erledigt sich dann von selbst. Ja, richtig. Wir stehen ja neun Sekunden länger als die anderen. Wobei, die anderen haben wahrscheinlich auch ein bisschen Schaden. Guck mal, wo wir rauskommen. Sehr gut. Ray hat heute aber auch schon echt gut was gefangen. Muss man sagen. Also, für den Schaden auf dem Auto hat der schon echt was gefangen, Leute. Der hat, glaube ich, mal so einen Dropkick mit dem Breaking Boy gemacht heute schon das ein oder andere Mal. Nope. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, aus. Peace. Hey, geh mir, Höllchen. Dankeschön für acht. Auch Rasmia-Simulator, da sehe ich uns nächste Woche eigentlich mal drin. Schön. Cool, da ist das Sint. Willst du auf Map 3 gleich bleiben? Für den Sint? Das war ziemlich genau eine Stunde. Äh, ja. Also ich werde jetzt den kompletten Sint Map 3 fahren. Da sei denn Dave sagt irgendwann, okay, du hast genug für 32 Runden. Let's go oder so. Ja, okay. Ich werde das mit Dave gleich nochmal besprechen und dann, äh... Ja, wir müssen, weil es jetzt, wo es so heiß ist, macht es mehr Sinn, Piano zu fahren. Ja. Weil nachher, wenn die Tempests kühler werden, der Ferrari besser funktioniert, dann musst du auch diesen Mehrgrip für Map 1 nutzen. Deswegen lieber jetzt, wenn es heiß ist, sparen wir, sparen wir und am Ende des Rennens ballern wir. Gute Herangehensweise, der. Alrighty. Go, go, go. Wenn du was brauchst, hast du Bescheid. Mach ich, copy. Good luck. Danke. Dave, wenn du irgendwas ausrechnen kannst, sagst du Bescheid, ne? Wegen Spritzki. Ansonsten fährt er jetzt selber erst mal Map 3. Hopi. Genau das, was du eben erzählt hast, das wäre ja auch dann, vor allem bei meinen ersten, dann wäre ich auch erst mal Piano machen. Lieber sicher als schnell und einplanken. Das gute Way hat jetzt schön freie Fahrt. Erstens, das und zweitens, frisches Auto. Richtig. Ja, ich weiß noch mal. Ja, noch keine Reifendrücke. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich, ich bin sehr. Ich gehe mal eben aus. Fix aufs Verletzter und hol mir mal was zu kender. Fix 83, Popcorn Time, Diziof, Dizinize, Dice 7. Foxpack, Dankeschön für sechs Monate. Real DSDSD, der 9. Ja. Anzeige oben links gibt auch durch, wie viele Runden man fertig gefahren ist, oder? Genau, 9, 20 haben wir jetzt. Okay. Aber seinen Stream findet ihr unter Ausrufezeichen 24H. Ich bin doch mal im rechten Keller. Ich gehe mal in den rechten Keller, Rechenrenningenieur. Aber wir werden jetzt relativ schnell wieder nach vorne gespült, Chad. Weil... Die fahren hier ganz andere Rundenzeiten als wir. Das waren wir jetzt. Ich gehe mal im rechten Keller. Und wir werden jetzt... Ich gehe mal in den rechten Keller. Und wir werden jetzt ein Rundenzeiten. Ich gehe mal in den rechten Keller. So, bin wieder da. Danke. Danke. Der P1 ist einen halben Kilometer, der ist schon hinter uns, der ist vor uns sogar, der ist sehr weit weg. Wir können froh sein, wenn wir PC nochmal sehen. What the fuck? Alter, das sind noch 23 Stunden, Chat. Also. So, wir sind weitaus schneller als die Leute vor uns, entspannt euch, alles gut. Selbst wenn wir jetzt kurzfristig nicht mehr in die Top Ten fahren, könnten wir sie immer noch hier oder da auf der Strecke sehen. Oder auf der Minimum. Richtig. Ich meine, die DT war jetzt wirklich ein bisschen ungünstig, aber ist alles gut, Jen. Wir sind wirklich ein sehr, sehr schnelles Team. Also wir haben wirklich, Ava ist zügig unterwegs mit 2,2er Zeiten. Ich fahre 2,2. Michel 2,1, 2,2. Ja, schon sehr, sehr schnell. Und das hier ist auch noch nicht alles Boxenstoppereinig, das kommt noch dazu. Das kommt alles noch dazu. Ich sehe auch mal davon aus, dass der vor uns, das ist die 13, der noch nicht drinnen war in der Box. Ich guck mal, war da. Eigentlich müssten doch jetzt alle mindestens schon drinnen gewesen sein, außer sie waren einmal zwischendurch drinnen. Ja, der Honda war jetzt drinnen. Ja, 28 Stunden waren der draußen, ja. Ja, der war drinnen, der Honda. Aber der Honda fährt mal so. Ja, du hast ja, du hast ja mal erzählt, du hast ja mal erzählt, dann esse ich mal auf. Der Honda ist sowieso zwei Sekunden langsamer als wir, also von daher alles gut. Also ich werde wahrscheinlich die ersten drei, vier Runden werden, weil wir wahrscheinlich bei mir erstmal auch nur zwei Dreierzeiten sein. Einfach um safe zu sein, die Reifen anzufahren und das Gefühl zu bekommen. Ich kann von der Livery nicht mehr zeigen, Chad. Das können wir gerne nach dem Rennen machen oder nachher, wenn ich mich warm fahre, aber jetzt gerade Auto gibt es in dem Rennen nur so, weil ich will alles sehen. Ich möchte nicht groß rumfummeln und rumblödeln nebenbei, sondern mich voll darauf konzentrieren. Aber auch leider schwierig an den Honda vorbeizukommen, weil er auf der Geraden so schnell ist. Ja, aber ich glaube, er kommt nicht so gut aus der Bentley. Also eben ist er nicht gut aus der Bentley gekommen. Ja. Nee, es gibt gar keinen Regen in dem Rennen. Es ist aus. Schönes australisches Sommerwetter. Ja. Gepflegte 32 Grad. Ah, jetzt haben wir. Oh, der ist gut rausgekommen. Oh, gut, dass er aufgemacht hat. Danke, Honda. Danke, 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 danke. 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 Ich habe mich leicht festgehalten. Ich habe auch kurz so... Wieso Map 3? Wir sparen Sprit. Wir müssen etwas Sprit sparen, weil unser Auto kann nicht Map 1 durchfahren. Sonst, wir müssen gucken, dass wir uns einigermaßen für die Nacht vorbereiten, weil der Ferrari ist in der Nacht sehr, sehr stark und der verbraucht aber mehr Sprit unter Map 1. Und dann würden wir irgendwann nochmal einen Boxenstopp extra reinzimmern oder zwei im 24 Stunden Rennen und das ist fatal. Und damit wir das nicht machen, äh, sparen wir jetzt Sprit, dass wir hinten raus, äh, diese Probleme nicht haben. Ich habe zwei Sekunden weggefahren. Für dich nochmal als Info, äh, Ray, der Vendley, das ist wieder den, den du vorher hattest, also musst du gucken, wie ihn vorbeikommen, ne? Oh, ja, stimmt, wir haben ja so viel Zeit im Boxenstopp verloren durch den scheiß Schaden. Ja, ich guck mal. Wir schaffen keine 65 Minuten auf dem Map 1. Schaffen wir nicht. Ne, es gibt zwei Ferraris, äh, McLaren, Mercedes, Bentley, Aston, äh, Nissan, alles, alles dabei. Äh, die sind nach mir dran, ne? Äh, nee, aber? Ah, aber, dann soll er aber rechtzeitig sich schon die Drücke kümmern. Man kann es ja gut rausrechnen, welche Temps wir haben. Yes. Hast du gehört, aber? Ja, Drücke sind easy. Ich brauche nur einmal das Setup reinladen, mir einen kurzen Vorderform machen und dann sind das die Drücke, weil ich habe schon trainiert zu den Bedingungen. Und, äh, ich kann wirklich vom Standard-Setup die Drücke übernehmen. Willst du dich vielleicht noch warm fahren vorher? Ja, ich werde mal kurz ein paar Ründchen fahren schon mal. Lässt du mich dann einmal ganz kurz AFK gehen, damit, äh, Rates... Ja, klar, okay. Dann, danach fahre ich mich dann ab. Okay, dann bin ich gleich wieder da. Chat, viel Spaß mit Ava. Hallo. Dave, wie lange muss man eigentlich auf Map 3 fahren? Ähm, habt ihr das da mal rausgefunden? Also rein rechnerisch ist es, äh, rund 60% der Stintzeit, also wir müssen dann relativ lange sogar auf Map 3 bleiben. Oh, jo, hab ich kein Problem mit. Das sind mehr als 15 Runden. Ja. Ich probiere gerade auch live zu gucken, wie das mit Rays in, ähm, Spritverbrauch sich entwickelt. Jetzt ist er heute wieder hochgegangen, jetzt wo er am Honda vorbei ist. Aber, ähm, auch mal gucken. Ich gebe dann einfach irgendwann den Punkt, äh, frei, jo, jetzt könnt ihr quasi Feuer geben. Mhm. Ansonsten eine Runde... Ich weiß nicht, ob du jetzt mitten in der Runde ändern willst oder halt, äh, quasi Map 3 eine Weile und dann Map 1 eine Weile fahren willst, aber... Ähm, wahrscheinlich eher, ähm, ja, erstmal Map 3 eine Weile und dann Map 1. Also ich bezeihe, wo ich trainiert hab, da war bei mir zeitmäßig nicht so ein großer Unterschied. Aber gut, wahrscheinlich war ich da noch nicht ganz warm. Äh, war tatsächlich bei ungefähr 3,3 noch was Liter pro Runde und jetzt bei 3,4 Liter exakt pro Runde, die er verbraucht hat. Das ist auch der Ziel, oder? Ähm, naja, denkt dran, dass der ACC nur noch die letzten drei Runden in den Durchschnitt reinrechnet. Und nicht mehr insgesamt. So, ich arbeite mit der Gesamtmenge, mit der Restmenge. Ah, alles klar, super. Und nicht mehr. Und nicht mehr. aber das ist jetzt das gute dass wir jetzt ein bisschen luft hat jetzt kommt da wenigstens richtigen rhythmus rein der staat ist sowieso immer dann belastend vor uns gab es gerade auch noch einen zweikampf der bentley ist da der der leicht leckende bentley und hat schon das aus südafrika vielleicht ist er ist da vorbei am essen und da könnten wir gleich auch ein also super pace waren bei den temperaturen haben wir schon 24 32 du kannst gerne ray auf der geraden nach kurve 1 man durchgeben dass wenn er überholen möchte dass er auch durchaus mal zwischendurch auf map 1 gehen kann wenn er mag vom race ingenieur bekommst du das go wenn ich überholen willst auf map 1 wechseln zu können ja ich habe es auch gerade eben beim links hinten dran gemacht beim honda ich guck mal bei honda ist halt super schnell beieinander geht es vielleicht auch ohne ich gucke hast du wahrscheinlich mitbekommen oder wenn du welches zu ihm gehört hast ohne absprach hat er das gemacht da gibt es aktionen vom team aber auch tatsächlich auch nicht beim überhol vergangen nicht drauf geachtet ob unten rechts map 1 stand oder drei wird es auch so klein als er vorbei kam war tatsächlich auf drei aber müsste er davor auf eins geschaltet haben so wie er dann wohl aktiv auf bb dann fahre ich mich mal warm macht das neuer schreibt man die reifendrücke dann bitte mit ins sport dass wir die haben ja wahrscheinlich ist ein team schon rausgegangen oder so danke an euch alle für euren support und eure unterstützung und in diesem sinne sage ich jetzt mal da ist dankeschön für sieben danke für den unfassbar krankensupport ehrlich vielen dank küschen geht raus an euch es freut mich dass euch das so gut gefällt habe mich auch sehr gefreut darauf ich finde es super dass der bändle so ziemlich an allen anderen autos vorbeikommt gerade das da müssen wir den längenden bändlichen nicht direkt überholen das stimmt ja es ist gut sieht auch extrem gut aus stand jetzt ja wir haben aber auch im rennkalender noch wieder genug rennen die nächsten paar wochen steht ist wieder gut voll warum habe ich jetzt auf dem free practice ding weniger temperatur ja muss ich jetzt mal ein bisschen gegenwirken ja im hier einfach um ein grad nach oben stellen ja genau weil dann muss das nämlich in hauen schuldern wir uns jetzt schön ran vorne das sehr sehr gut die map bedeutet einfach etwas ja gedrosselte motorleistung also in den ersten zwei maps macht das ein bisschen unterschied aber es bedeutet wenn du jetzt mit 1 hier in der kurve anguckt auf dem gaspedal ist map 1 so mit zwei ist ein bisschen ein bisschen geknickt und web 3 hat noch einen größeren schwung das heißt dass du auf dauer etwas weniger sprit verbrauchst das machen wir damit wir am ende in der nacht voll fahren können weil der ferrari ist tagsüber ein bisschen schwächer bei wärmeren temperaturen und das ziel für uns ist es dass wir uns den boxenstopp sparen dass wir uns den boxenstopp sparen weil wenn wir jetzt mit 1 durchfahren würden hätten wir im gegensatz zu anderen würden wir ein boxenstopp mehr in kauf nehmen das rechtfertigt aber nicht die zeit die wir durch map 3 verlieren weil der boxenstopp mehr zeit wäre und so ist die gefahr dass wir mehr positionen verlieren würden deswegen fahren wir zwischendurch immer mal ein anderes mapping um ein bisschen sprit einzusparen um einen boxenstopp einzusparen um nicht positionen auf der strecke zu verlieren unsere stuhl sind wie kommt ihr durch ich denke ray wird in dieser runde am ersten martin vorbeikommen danach müsste immer funken dass er der bentley da vorne legende bentley ist aber die hatten auch schon zwei drei zweikämpfe und das ist alles unproblematisch gewesen anscheinend das ist ganz gut Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und in der Schikane hat sich einer rausgeteilt. Äh, what the fuck? Was war das denn? Oh. Komische Räuche gehabt gerade. Der fühlt sich nicht, Syntax. Gestern die starke Entscheidung getroffen hat gesagt, Jungs, ich fühle mich nicht. Also ich sehe, dass P1 kommt, das musst du mir nicht ansagen. Danke. Hat gesagt, der fühlt sich nicht und dementsprechend fährt er nicht. Aber er übernimmt die organisatorischen Sachen im Hintergrund für uns, weil er uns nicht alleine lässt. Starker T-Mate. Größe gehen raus. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Also es kann ja theoretisch immer das Auto sein, die Strecke, man selbst, was irgendwie nicht gerade zu einem passt, wo man gerade nicht so viel Spaß mit hat oder so. Und ich habe halt tatsächlich einen anderen Faktor im Auge, nämlich das sehr geliebte F21 von mir, was irgendwie, ich glaube, mich so ein bisschen die letzten Wochen über leicht gestresst hat. Ich habe es auch nicht gemerkt, das hat sich wahrscheinlich ein bisschen angeschlichen. Und jetzt bin ich halt komplett entnervt von so ziemlich allem. Ich glaube, ich brauche dann ein bisschen Pause. Hat dich kaputt gemacht. Es hat sich angeschissen, das hat mir gefallen. Es hat sich angeschissen, meine Damen und Herren. Ja, das ist halt echt so. Also, wenn du in einer Kurve, wo du 280 fährst oder so, einen ähnlichen Lenkwinkel hast oder einen ähnlichen Radius, Kurvenradius hast wie in einem GT3-Auto. Und du da halt im GT3-Auto mehr Grip hast als in F1, dann stimmt halt irgendwas nicht mit dem Spiel, weil die F1-Autos sind halt Aerodynamik-Monster. Und anders als beim Flugzeug soll die Aerodynamik keinen Auftrieb produzieren. Okay, Ray kann jetzt, by the way, Vollfeuer geben, wo es hier an Symbolon übergeht. Du kannst MAP1 fahren, wenn du möchtest. Renningenieur durchrangen. Renningenieur oder was? Ja, kannst du durchrangeln jetzt. Alles klar. Da lass ich mich nicht zweimal bitten. Achso, war ein überrundet, ja. Jetzt geht es los. Feuer frei, Marianne. MAP1, ole ole. Ja, MAP1 im Gegensatz zu 3 macht schon große Unterschiede. Also es fährt sich safe, man kann einigermaßen schnell fahren, aber MAP1 macht schon noch, hat noch ein bisschen mehr Zucht. Ich habe der Reifendruck vorne rechts reguliert sich da auch, weil da ist ein bisschen drunter. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Vielleicht löst sich das dann auch mit dem mehr Puschen, mit dem Motor und des Motor Mapping. Viel Spaß. Eiskalt, danke schön für sieben Monate. Ich glaube, nachdem A-Ware ins Auto gegangen ist, können wir mal... Einen Raffel machen, oder was haltet ihr davon? Wollen wir einen Raffel machen? Jetzt muss ich mal fragen, was ist ein Raffel? Ja, ein Gewinnspiel für YouTube-Menschen. Achso. Wie sieht es denn aus, Chat? Wollen wir Sauerkrauz, 50 Euro Gutschein rausdonnern, oder was? Weil dann sollten ihr vielleicht schon mal ausprobiert seinen Sauerkrauz eingeben. Und dann könnt ihr da schon mal auf der Homepage ein bisschen schnökern, was ihr euch denn so snacken wollt. Okay, so lala, so lala. Kann mir denn einer, äh, obwohl, nee, machen wir jetzt noch nicht. Machen wir, machen wir danach. Hat Ray im Blick das hinter ihm, äh, Führungsortis? Ja, hat er, hat er. Wie? Hat er gesagt, hat er im Blick. Also ich kann euch, äh, sag ich euch so, wie es ist, ich kann euch die Hoodies wärmstens empfehlen, Freunde der Sonne. Ich hab, äh, ich trage nur noch solche Dinger. Und ich liebe sie. Caps sind auch sexy. Da ist meine eigene Cap her, also die ich gerade aufhabe. Die wärmenden Hoodies werden wärmstens empfohlen. Die wärmenden Hoodies werden wärmstens empfohlen, ja. Oh, da fällt mir gerade. Oh, da ist mir, oh. Du hast ja auch alle. Nee, nicht alle. Fast alle. Die Webseite ist down? Ehrlich? Oh oh. Oh, Chat, ähm, oh, oh. Hey, äh, mach mal ruhig bei der Internetseite. Ruhig, Chat, ruhig. Oh, dass ich das mal sagen kann? Wir haben mal eine Internetseite gecrasht. Ui. Naja, es ist noch Zeit, Leute. Ihr könnt euch da noch in Ruhe umgucken. Schaut euch das ein bisschen an. Dann ist auf jeden Fall, äh, ihr habt genug Zeit. Es gibt übrigens auch was für Damen und Herren. Also, falls eine Dame gewinnt, ihr seid nicht ausgeschlossen. Dann gibt's auch was für Ladies. Boah, der führende Honda hat aber auch schon einen Riesenvorsprung. Ja, der fährt halt einfach mal zwei Einser bis zwei Nuller Zeit. Caps sind unisex, das stimmt, ja. Kimi, gib alles, Junge. Fass! Ach, der reale Kimi kann fahren wie ein Weltmeister und der Hund kann bellen wie ein Weltmeister. Beides, Phil, äh, Phil. Beides. Der Honda ist sehr gut und die da drinnen, die Fahrer sind sehr gut. Wie gesagt, beim Fahrerwechsel-Chat, beim Fahrerwechsel machen wir ein Raffle. Also nach dem Fahrerwechsel, wenn ein Ava dann drin ist, dann haben wir ein bisschen Zeit und Ruhe. Dann, äh, mach ich das auf und dann gibt's einen 50 Euro U-Chain für, äh, Sauerkraut. Wie gesagt, könnt ihr euch schon mal ein bisschen umgucken, ob ich da was zu sage. Ähm, wir gehen in die warme Saison. Ihr wisst bescheiden, die Hoodies sind wirklich sehr schmusig. Äh, die kalte meine ich ja. Sorry, ich meine warme Klamotten. Ich hab mich... Entschuldigung. Es ist so viel, Chad, heute. Mein Kopf ist einfach, äh, es ist einfach so viel aktuell. Also, gestern hat mein Kopf geraucht. Das sag ich euch. Äh, Yoshi, da kannst du dich bei Stuhlsen bedanken. Äh, Stuhlsen, äh, der Gute, der macht die ganzen Sheets für euch immer fertig. Also, das 24-H-Sheet ist aus, äh, Stuhlsen, deiner Feder. Der macht das immer für euch sozusagen vorm Rennen, für jedes Rennen. Und, äh, der sucht auch da immer die Karten raus. Also, da kann ich mich nicht mit Ruhm bekleckern. Das macht, äh, Stuhlsen, Stuhlio für euch. Stuhlio? Wär auch ein cooler Name so an alten Rapper angeliehnt. Ja, der alte Gangster-Rapper Stuhlio, wer kennt die nicht? LL-Stuhl-Jay. LL-Stuhl-Jay, ja. Äh, Langnaldo, ja, Sascha fährt, äh, ab und an nochmal so ein Racing, ja. Aber der ist, glaub ich, mehr ein iRacing unterwegs, sagt er, äh. Hast du hier wieder abreagiert? Nachdem du mir mein ganzes Bein kaputt gemacht hast. Ein Update für Ava. Ray fährt jetzt noch zwölf Runden gleich. Jo, ich bin schon dabei hier zu schreiben und dann wäre ich dann gleich wieder auf dem Server. Uff, Server. Halb gekotzt, aber auf dem Server. Ja, wollte Luft raus. Oh, schön. Gefangen? Noch? Nicht so wild? Ja, hab ein bisschen Gummi an der Wand gelassen. Geilstes Jahrzehntzehntmeldung. Track limits no time gained. Ja, klar. Das ist so bescheuert auf der Strecke, wenn du gegen die Wand fährst. Kriegst du erstmal einen Cut reingenagelt. No times gained. Ja gut, wo hätte ich denn auch cutten sollen? So habe ich reingepostet. Jo. Ray, wenn du dich komfortabel fühlst, wir haben Reifendrücke da. Sagst du einfach Bescheid, ne? Ja, let's go, aber sollst du hier einfach durchsagen? Äh, 26, 4. Ja, wenn Rain den Windschatten kommt, dann kann man vielleicht noch die zweite Runde auf Platz 3 fahren. Und dann geht's voll Karacho weiter. Ja, 25, 7. 25, 7. Genau. Äh, okay, ich hab jetzt grad gesehen, die Schilder fehlen, also aber sollte vielleicht erst kurz vor knapp connecten. Ich wähle den dann aus, wenn's dann soweit ist. Ja, okay. Dass er die Schilder wieder hat, weil sie die braucht oder, keine Ahnung. Ja. Besser ist halt. Äh, Coco Rice, danke schön für deinen Zap. Aber erst kurz vor knapp connecten, weil da die Schilder fehlen. Ja, gut, jetzt sind sie wieder da, weil ich hier gescheunt bin, äh, ich will ja auch wieder was sehen. Oh Gott. Aber falls, falls jemand hier... Komm, ey, ich war auf eine Sekunde dran jetzt, das war so ein dummer Fehler jetzt, komm. Jetzt nochmal Final Push. Äh, Taros, äh, Race App heißt die Seite, da findest du sehr, sehr viel. Ansonsten kannst du auch, äh, bei mir und der Ausrufezeichen Rennkalender vorbeigucken. Da sind auch einige Sachen verlinkt. Oder ansonsten... Ja, Mund-zu-Mund-Propaganda. Einfach mal, immer mal in einem Chat fragen. Aber so, da hast du auf jeden Fall große Anlaufstellen dafür jetzt. Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja, sagt man doch so, oder ne? Auch nur Mund-Propaganda, oder? Aber Dave denkt an was anderem. Das ist Mund-zu-Mund-Beatmung. Mund-zu-Mund-Propaganda? Ja, du kannst ja auch Mund-zu-Mund-Beatmen und währenddessen demjenigen dann sagen, welches Rennen ist. Ja, ja, der Begriff Mund-Propaganda oder Mund-zu-Mund-Propaganda. Okay, krass, wusste ich dich. Du bist jetzt nur Mund-Propaganda gehört. Sollte nicht mal ein doofer Scherz sein, ne? Ja, 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 ist gut. Sind 20 Minuten Meter auf dem Lenkrad nicht zu viel. In echt ist das, äh, ist das auch nicht so viel, oder? Äh, in echt ist es sogar, ich weiß gar nicht, mit Power Steering. Die kommen auch so an die 5-20 Newton-Meter, wenn ich mich recht entsinne. Okay, das ist interessant. Ich bin ja gerade aufgescheunt und bei The Chase sind schon die ganze Bremsschülle alle weg. Okay. Oh, deswegen. Hat da jemand gerade eben nochmal die weggeräumt, oder was? Wahrscheinlich. Oder werden die nicht mehr aufgestellt? 3,62 da, Frank, wo wir jetzt verbrauchten. Also ich hoffe darauf, dass er beim Bentley in den Windschatten kommt. Weil dann können wir nochmal, sind darüber safen. Aber es geht ja auch nicht mehr um die 20 Newton-Meter, äh, sondern es geht ja eher um die Feinfühligkeit des Motors. Also der, der Motor hat ja gewisse, ich weiß nicht genau, wie das, wie das Fachwort dafür heißt. Aber er hat gewisse, äh, Feinheitsstufen, die er dir übergeben kann. Und da geht's eher, wie gesagt, weniger um die 20 Newton-Meter, sondern um die Feinheitsstufen. Also wenn du zum Beispiel dir eine SimoCube Sport im Vergleich zu einer SimoCube 2 Pro anguckst, hat die SimoCube 2 Pro eine bessere Übertragung des Force Feedbacks und eine genauere. Und da, wie gesagt, geht's weniger darum, mit 20 Newton-Meter zu fahren. Also ich fahr zum Beispiel mit, ich glaube, 12 Newton-Meter. Könnte man auch noch ein bisschen mehr fahren, aber ich hab halt, äh, bin 36 und hab, äh, Gummiarme. Ne, hab ich nicht, aber geht schon. Also mit 12, 13, 14 kann man schon fahren. Es gibt ja auch Menschen, die fahren noch mit noch mehr. Dave, Dave, Dave. Aber schade, dass du keine Gummi-Arme hast, weil sonst hättest du dich für One Piece casten können. Derweil habe ich keine Gummi-Arme, ja. Jetzt hab ich voll auf meinem Monitor gespuckt beim Lange. Gut, ich hab den Talk-Key drin, ansonsten mal ACC hatte ich glaube ich so, ja, weiß nicht, so ein paar 20% ingame und 100% am Lenkrad. Gut, ich weiß nicht, ob das mehr ist. Wäre schön, wenn das die Base dann anzeigen würde, was so der maximale Peak gerade war. Wo kann ich das? Du meinst, da gibt's sogar einen Modus, wo du da reinkommen kannst. So, stinkern. Weiter attackieren. Chat mal so eine Zwischenfrage, ich musste mir nachher was zu essen machen. Wollt ihr zugucken? Also ohne mein Gebrabbel nebenbei, aber wollt ihr mitkommen in die Küche, was zu essen machen? Also wenn ich gefahren bin, nach den zwei Stunden. Essen klingt super. Es ist gerade so fies, dass ihr von Essen redet und nicht gleich fahren müsst. Okay, Essen klingt nicht super. Essen ist richtig scheiße. Pfui, Deiwe. Pfui. Danke. Jetzt geht's noch besser. Wo sind wir bei Sauerkrauts? Oh, warte mal, da, wo steht er? Oh, links gut. Was gibt's Schönes? Ich glaub, ich mach mir Toasties mit ein bisschen Salat und, äh, Dressing. Nix Besonderes. Nur ne kleine Spie. So, ich hab, äh, mein letztes Essen ist jetzt sechs Stunden näher. Essen macht müde, Essen macht nicht müde. Dann isst du das falsche Essen für deinen Körper. Ja, zum Thema Force Feedback. Ich hab's gerade ein paar Prozentpunkte an der Base zurückgestellt. Ich hab gerade gemerkt beim Training, hm, 70 Prozent, ja, äh. Irgendwie hier auf der Strecke merkt man's. Muss ingame und am Lenkrad auf 73 Stunden. Ich glaub, aber dann wird's mich leider umbringen, weil ich glaube, ich hab's im Game auf 50 Prozent oder sowas. Ja, gut, äh. Habe ich wahrscheinlich so ein Force Feedback, wie du es da was mit der Base hattest. Das könnte sein. Wobei, ich glaub, ich bin so, gar nicht mal so viel stärker beim Force Feedback mittlerweile. Ich glaub, das ist relativ gleichgeblieben. Oh. Ich glaub, äh, P1 hat Schaden. Der fährt nur noch 2-2. Oder ist es wärmer geworden? Oh, okay, ist es wärmer geworden. Der war mal. Ist es wärmer geworden. Ist aber eigentlich ganz gut gewesen. Grad eben waren Rays Reifendrücke vorne komplett on point. Aber rechts scheinen wir ein bisschen Pressure zu verlieren hier und da. Vorne rechts. Ey, Michel! Oh, Michel aus der Werkstatt. Ja, das stimmt. Ey, was geht? Wird bloß mal hören, wie's läuft. Alles gut, 14. aktuell. Eine Durchfahrtsstrafe war mal. Der erste Stint war sehr aufregend. Und es ist einmal einer reingefahren, voller Esse. Und dann hatten wir noch einen anderen Crash. Dafür haben wir den TT bekommen. Aber ansonsten kommen wir wirklich sehr gut nach vorne wieder jetzt. Satz 14, ist das Boxenstopp bereinigt? Äh, ja. Wie fahren wir die eine Runde raus, die uns noch fehlt? Durch die Inlab? Outlab? Äh, passt. Oder wie sieht das aus? So ein Blasch ist eingearbeitet. Ja. Ah, perfekt. Perfekt. Desi, sag mal, Ray bitte durch, dass er jetzt auf Map 3 fahren kann, die nächsten 2, 3 Runden. Und auf eine günstige Gelegenheit warten kann. So, Jungs, ich wollte bloß mal kurz reinhören. Ich bin, denke ich, mal gegen 18 Uhr da. Bis später, Michel. Bis später. Das ist Auto ganz. Bis dann. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Ray, kannst du mal gucken, dass du vielleicht Map 3 fährst noch ein Stückchen hinter ihm mit dem Windschatten? Super. Du hast durchgegeben, Dave. Ja. Äh. Nee, du musst dich noch muten. Weil ich genau kielst du. Ja, 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 hab ich. Ähm. Michel ist noch auf Arbeit, ja. So, was hat Ray noch? Circa 15 Minuten, oder was? Achto unten, ja. 15 Minuten. Damit ich noch meinen Boxenstopp auf der Toilette nämlich timen kann. Ja, geh mal rein, da schön ein Kekkechen machen. Nee, das nicht. Stress. Einfach um die... Einfach um die schwache Blase vorzubeugen. Aber was Blase hat jetzt eine Stintzeit von 15 Minuten. Ja. Aktuell. Wobei, wenn ich dann fahre, dann schwitze ich eigentlich alles nur noch raus. Wollte ich gerade sagen. Wer wirklich komplett voll pushen kann, Ray, wenn er mit 26.2 jetzt über die Linie fährt. Ja, aber es ist sehr schön. Ja, aber es ist sehr schön. Der Bentley ist extrem flott, tatsächlich. Die haben einen Fahrerwechsel gemacht, ist mir aufgefallen, weil die haben jetzt noch einen anderen Namen dastehen. Und der Fahrer konnte die Lücke zum Porsche, ich glaube von etwa 15 Sekunden auf, ab mittlerweile nur noch 7 Sekunden zu fahren. Also, ist 10 Sekunden aufgeholt nach vorne. Ja, der ist natürlich unterwegs. Geh noch mal vom Server runter und geh noch mal drauf. Vielleicht sind dann die Prefschilder wieder da. Ray hat mich ja eh noch nicht ausgewählt. Nee. Manche tun die hohen Temperaturen nicht so gut. 2, 4, 1 sehe ich da. 2, 3, 8. Nee, das ist derselbe Bentley, Sonic. Das sind die Boys aus Südafrika. Ja, Dave ist ein guter Rennengenieur, das stimmt schon. Merci. Fühle ich auch. Also, fühle ich extrem. Ich finde es schön, wenn so ein Plan dann letztlich klappt. Zum Beispiel jetzt halt, dass Ray direkt im Windschatten von Bentley ist und jetzt ein bisschen davon profitieren kann. Die hat einen Fahrerwechsel, Sonic. Da sitzt jetzt Adam drin und vorher saß Ketsch. Ich kann das jetzt gerade nicht richtig aussprechen. Ich spreche es lieber nicht aus, weil sonst ist es unhöflich. Also geschrieben, K-Deal-He. K-Deal-He. Wenn das jetzt richtig ist, weiß ich nicht. Also nur geschrieben. Stimmt, ihr habt recht. Ja, ich glaube, mit Dave brauchst du nicht diskutieren. Ich glaube, der hat am meisten Durchblick aktuell von allen. Ich glaube, der hat von uns allen am meisten Durchblick hier. Wenn schon mit der Rennfahrerkarriere nichts wird. Ja. Dann immerhin den Durchblick. Wenn du Cadillac saßt. Trag mich bei sowas ja immer, wie das da mit Sponsorings von anderen Autoherstellern aussieht. Ah hey, wir sind hier von Porsche und wir wollen dich namens Cadillac oder Benz. Error 404 Team Notfound giftet Atier 1 Sub 2 Affiga. Sie haben 32 Gift-Subs in der Channel gegeben. Oh, jetzt müssen wir Vorsicht hier rein. Oh, stark. Oh, sehr nett von dem Bentley. Danke von dem Mond. Äh, von dem Mond. Auch mal hier, dass ihr das hört, Shootout an den Bentley gerade, an den von dem Mond. Das hat ihn richtig viel Zeit gekostet. Also vielen Dank fürs Platz machen. In der nächsten Runde kann Ray wieder auf den Web 1 stehen. Also wenn er es unbedingt braucht, weil theoretisch kann man ja auch hinter dem Bentley dahin cruisen, aber theoretisch könnte man auch die Lücke noch schließen und vielleicht haben die ein bisschen mehr Damage als wir. Dann könnten wir einen Undercut schaffen in der Box. Oder die fahren eine Runde länger, dann könnte das auch klappen mit einer guten Outlet von uns. Die fahren so oder so länger als wir. Die sind 23 Runden raus und wir 25. Habe ich da für dich, Rettengenieur? Also wir sind jetzt aktuell 25 und die 23. Also wir fahren länger? Ne, wir fahren kürzer als die. Wir fahren vor den Rhein. Achso, ja, die sind erst 23 Runden unterwegs. Okay, gerne. Ja, Bentley hat ja eh kein Problem mit dem Spritverbrauch. Ne. Ja gut, also dann, also gut, ich hoffe, dass die dann einen Fahrerwechsel machen, weil da muss man ja auch immer eine Runde, zwei Runden reinkommen. Könnte aber auf jeden Fall da auch noch was machen. No Pressure ist jetzt nicht das Rennentscheidnis. Das ist aber, wenn das hinhaut, dann wäre das cool. Aber du pusht das jetzt nicht extrem krass, also geht schon entspannt. Aber die Bremsschilder sind jetzt auch wieder da. Ja, Ray, bitte nochmal das Mapping durchgeben und dann ab geht's. Ray, kannst du wieder auf 1 fahren und aber dann auswählen. Gott, kannst du nicht ruhig muten. Ja, Entschuldigung, Dave. Copy. Ne, das ist für mich nicht schlimm. Ich meine nur. Das sind zwei Tassen. Für einen Satz drücke ich da, das ist Energie, die ich verbrenne. Verstehst du? Das ist zu viel Energie, Dave. Ich muss mich das hier einteilen. Du bist doch auch auf einem Fitnesstrip unterwegs. Naja, ich nenne das jetzt mal nicht Fitnesstrip. Ich nenne das jetzt mal anders leben. Hackmap 1, drei Zettel im Delta. Das sieht super aus. Vielleicht kommt er da sogar noch mal am Ende des Tens bei. Gut, ich denke, Stand jetzt dürfte... Also im schlimmsten Fall würde Ray nochmal in der letzten Runde kurz auf Map 3 müssen, aber selbst das sehe ich nicht kommen. Genau, Bumbleboot. Deswegen fühle ich das halt einfach so. Durch den Echo-Effekt weiß jeder, dass man mit dem Fahrer redet. Das ist halt ein positiver Nebeneffekt. Man muss nur wissen, wie man Dinge verkauft. Sehr gut, Bumbleboot. Das sage ich auch immer, wenn ich zu faul bin. Gut, dann gehe ich mal den Schwamm nochmal ausringen und dann bin ich gleich hier da. Jo, mach das. Falsche Taste. Excuse me? Oh! Ey, Geberhörnchen, Mager, Dankeschön für 18 Subs, Alter. Uff. Vielen, vielen lieben Dank. Und Coco, Dankeschön für 100 Bits. Ui. Dankeschön. Viel Spaß mit den Subs und Geberhörnchen. Grüßchen aufs Nüsschen. Okay, Ray kann jetzt komplett durchpushen. Also selbst wenn er an seinen Maximalverbrauch nochmal rankommt, kommt er hier durch. Er hat sich zielgepüßt, sowas wie ein iRacing, dass er ab 0,2 Liter oder so anfängt zu stottern, oder? Nö. Der geht einfach irgendwann aus. Okay. Ja, dann passt's. Perfekt. Heute gibt's nur Manipool in meine Tasche, Chat. Heute, heute hab ich selber Manipool. Uff, aufgemacht. Alter, das war knapp. Ui. Äh, Mager, Dankeschön auch, dass du Grämie einen zugesteckt hast. Vielen Dank. Ja, Geberhörnchen, dann würde ich das freuen. Der Rennkalender ist wieder voll. Also, wir haben ein paar Rennen, haben wir jetzt schon angemeldet. Es gibt wieder üppige, üppig mehr Rennstreamchen. Ich hoffe mal, dass wir irgendwann vielleicht noch mal Dave motivieren können, noch mal mitzufahren, in so einer Woche oder zwei oder drei. Das würde ich sehr fühlen. Wenn er sich selber auch wieder fühlt. Also, wenn's nicht nach dem F1-21-22-Release ist. Oder wenn F1-21-22 dann richtig gut ist. Kommt das? Kommt schon? Der F1-21 ist doch gerade erst rausgekommen, oder nicht? Nee, nee, ich weine nur. Ach so. Das wird aber auch nicht ein Jahr dauern. Ey, fuck, ganz hart, Dave. Wie lange willst du denn jetzt Pause machen, Alter? Ich war gerade so, wie... Wie? Da kam doch jetzt gerade erst einer raus. Dave geht unter die Landwirtschaftssimulatoren-Streamer. Boah, da würde ich uns auch beide sehen. Beide ins Rigg und dann Landwirtschaftssimulator. Schön aufs Triple Screen. Oh ja, Uwe. Auch mal den Mehldrescher bereit. Auch mal den Mehldrescher bereit. So. Bin wieder da. Jo, mit dem. Say hello to my little friend. Nix, danke für fünf Monate. Dave, dankeschön für fünf. Zups. Bitte, bitte. Nee, ganz gut. Das war ein anderer, Dave. Aber auch danke an dich, Dave. Keiler Name, Dave. Oh, Hype Train jetzt nicht. Ja, wer möchte Zug fahren? Tschut, tschut. Utschuhu. Ich mag Züge. Vergesst nicht doch mal unter Ausrufezeichen Sauerkrauts reinzugucken. Nach dem Fahrerwechsel werden wir 50 Euro Gutschein rausdonnern für Sauerkrautskis. Ja, Dave. Alter, Dave, was ist denn los mit dir? Dankeschön für 1000 Bits, mal. Hast du dich noch im Keller gefunden? Mit dem Rechenschieber? Oder was? Er enthält sich. Das ist jetzt nicht unser Dave. Doch, doch, das war unser Dave. Alter, Vater, was ist los mit euch. Ah ja. Musst du noch einzelne Sachen klären. Ja, äh... Guter Content verdient. Verdient. Alter, Schleimbolzen. Du willst ja nur, dass ich nicht mehr so schnell fahre. Ich meine natürlich gerade das Race Pace gerade. Auf jeden Fall. Guter Content. Race Pace ist einfach gerade phänomenal. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss. Ray, du bist ein Engel. Gleich mal den September nutzen. Race Race Pace ist Radominal. Ja, Chad, bei 3000 Subs fahren wir, egal zu welcher Jahreszeit, an die Ostsee oder Nordsee und springen da rein. Das ist richtig. Don't do it! Wow, around the outside ist es hier halt echt schwierig. Da geht es sonst nie. Das ist unmöglich. Die kippt halt außen halt so weg. Am Ende ist die... fast dann wie auf Schienen. Troll, Dankeschön für 20 Subs, Mager. Walex, Dankeschön für 10. Skerala, danke für 11 Monate. Error, Dankeschön für 10 Subs. Taku, Dankeschön für 10 Subs. Ihr habt doch nicht mal alle Lappen am Zaun. Wir sind noch nicht mal 2 Stunden unterwegs und die drehst du nur komplett an der Klampe. Wir haben doch noch gar nicht angefangen, Chad. Es ist doch noch gar nichts los. Ich möchte im Ruhebereich... Ich möchte im Ruhebereich des Zuges eigentlich nicht stören, aber du kannst Ray auch sagen, er kann zwar voll pushen, aber er kann auch einfach am Bente dranbleiben. Es gibt auch Strategische Optionen, vorbeizukommen. Ja, du musst da eh bald rein, oder? Jaja, aber... Ich meine nur, Ray muss jetzt quasi nicht aufs Überholen im Endeffekt unbedingt hin. Der Zug heute mit besonders für den Passagieren, da wurde der... wo die deutsche Bahn gut zufängst mit neuen Waggons... What the fuck, Chad? Ach, Mann. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, aus, peace, schubi, du. Wir sind noch... Chad, wir sind noch 22 Stunden da. Also... Noch 22 Stunden. Ey, Vogel, ey. Du Vogel. Ich möchte auch 100%... Ich bin ja schon in Steven's Team Suite. Aber dann werde ich mich dann auch gleich... Also, wie viele Runden sind es noch mal? Das ist die letzte. Achso, okay. Dann müde ich mich mal hier schon mal komplett. Hoppi! Machst das, Digi. Jo. Erstmal drei Runden, Drücke aufbauen und danach wird das schon. Pack die Konstanze auf dem Beifahrersitz und dann mach das. Wird gemacht. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Bis später. Bis später. Ich bin weg. Tschüss, aus, peace, schubi, du. Hovan Bremen 79 giftet A tier 1 sub 2 Akas 0 N. They have given 7 Gift-Subs in the Channel. Klopf, klopf. Chat ist Übergabe jetzt vom Auto. Ich würde gerne... Ich mach einfach Sweat-Tags. Dankeschön für... Also, bin anwesend. Für 10, Corsi, aber danke für 5. Perfekt. Also, in-lab direkt. Fahrer 2. Audi, Dave, Warne. Stell dir schon mal auf Map 3. Hast du eine bevorzugte Bremsbalance? Äh, 54, 6. Mein Name ist Snow, Lemicke. Nee, versuch ich mal selber jetzt, aber dann zu bremsen noch. Äh, Ruf von Bremen. Hättest auch noch in der Box machen können. Ja, alles gut. Boziru, Dixner, Flutschfinger. Kies ist dabei in Bender. Dann kann ich es auf dich schieben. Ruf von Bremen nochmal. Punku, Lossi, Arcev. Vielen Dank, Leute. Ich mach schnell die Übergabe. Say hello to my little friend. Diesmal Entry nicht verkacken. Das ist gut. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Das ist ein Ding an. Ja, ich bin mir da jetzt immer nicht so sicher, ob ich den anhab oder nicht. Possible gifted A tier 1 sub to Greulero. They have given 20 gift Subs in the channel. Das ist ein schönes Weg. Oh Gott, ich hab die falsche Tats. Ich muss das umgelegen. Ich hab irgendwas verkackt bei der Tastenbelegung. Ich mach dir jetzt auch wieder an. Äh, Map 3 hab ich gesagt. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Ich zähl runter. Ach so, du passt den Motor schon vorher an? Ich versuch's, ja, aber hab ich bereit. Dann bleib ich einfach auf dem Gras stehen. Fünf, zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, go. Perfekt. Go, go, go. Mach ruhig die ersten ein, zwei Runden Piano. Komm rein. Es ist grad richtig schmiersuppe wieder. Ja, das ist toll. ich habe doch nicht mal alle laden am soundchen ihr habt doch nicht mal alle laden am sound ja sorry danke und damit ich bin wieder im discord schreibe ich halt gleich an weißt sehr gerne ja jetzt bin ich schon wieder runter aber ich muss echt sagen gerade erstes sind so das wort sogar nicht mehr mehr ein aber so unter strom sage ich mal war ich noch nie wie in dem ersten stint weil das war so schnell alles bei so ekligen bedingungen und dann halt ne jeder machte halt noch irgendwie dann ab keine ahnung ab kann und zehn minuten oder so ging es dann los mit den ersten fehlern der anderen ich war so unter anspannung und strom irgendwo also schon so dass er die konzentration oben ist aber deswegen sorry noch mal an den ein oder anderen im chat den ich dann mal zurechtweisen musste aber da war ich ja gerade mal richtig richtig und feuer ist aber jetzt ohne witz ich will mich jetzt nicht selber loben oder so aber ich glaube einfach unabhängig jetzt der speed ich glaube manch einer hätten denselben situation das ding echt weggekachelt im ersten stint der zweite war entspannend dagegen im ersten gab es viele situationen als allein dass du das auto auf der strecke gehalten hast wo der honda neben dir war und dann in dich gefahren ist quasi ja da habe ich gar nicht null mit gerechnet ich dachte was ist der da innen und dann habe ich schon gemerkt okay ich krieg die kurve nicht ich muss da rüber und da weiß glaube ich jeder der schon mal hier gefahren ist wenn du da innen drüber muss der so unruhig da kann es passieren dass das auto einfach ein bouncer macht und sich dreht also gut dass ich das auto gerade gehalten habe und ja und dann auf einmal kriege ich halt den schlag hinten rein denken so what the fuck wo kommt jetzt der wieder gut die situation mit mercedes also ich weiß nicht klar hätte ich es vielleicht verhindern können aber der fliegt vor mir ab blockiert die mitte und bremst dann einfach noch mal mitten auf der strecke voll ab da konnte ich nicht mehr reagieren und bin hinten rein deswegen finde ich eine drive-thru halt völlig übertrieben da jetzt auch nur fünf oder zehn sekunden strafe getan aber gut muss ich mir noch mal angucken in ruhe ausgabezeichen dildo in den chat und tut mir mal mit den gefallen wenn wir gerade dabei sind könnt ihr sapi sein stream stürmen und den bescheid geben dass wir hier ein raffle auf haben das wäre super nett dass die leute von da auch mitkommen können die leute von ray oder von aber ihr könnt auch alle hier reinkommen niemand wird hier ausgeschlossen falls ihr fahrer seid in dem rennen ob ihr dave gaming heißt oder ruhe war ihr könnt euch alle eintragen unter ausrufezeichen dildo es gibt 50 euro gutschein für sauerkraut an wie bespricht ich eigentlich tranken sind ja ich habe während der fahrt die alerts ausgemacht weil die lös manchmal für performance einen großen sorgen jetzt kann ich sie dann machen ich fahr grad nicht deswegen vielen dank für und weil ich mich hier mal oder so da waren es noch zwei peter danke übrigens für 20 saps maga grill bill danke für dein prime ins hier sicht wie ins ins ich nicht ins gesicht dankeschön errohr dankeschön ms vielen dank und dazf dankeschön auch an dich hanko ihn lossi kosse war vielen dank für die ganze saps wie gesagt hat euch ein mit ausrufezeichen dildo es gibt 50 euro gutschein für sauerkraut ich bin selber mit meinen eigenen klamotten ist auch zusammen mit den leuten am arbeiten gewesen also vielleicht wenn ihr sogar glück habt und den gewinnt und vielleicht so eine kappe haben wollt die gibt es auch in dem laden also also feuer frei trage ich ein und tut mir bitte einen gefallen sagt bei sapi bescheid dass wir ein raffle auf haben dass leute auch noch vorbeikommen können dann raffle ich das gleich aus wir haben noch mehr als genug für die 24 stunden also keine sorge das jetzt gerade richtig verstanden wenn ich jetzt rüber gehe zu dissi dann kriege ich einen richtigen rüffel nee du kriegst richtig dicken rüssel wenn du ausrufezeichen dildo als gibt also geil naja warte mal ne raffle also gewinnspiel geht mal rüber zu dissi wenn ihr wollt wenn ihr was gewinnen wollt wenn ich dann sofort und eure unterstützung rüber gehen geiler content ich bin weg tschüss ausruhe kanal jetzt gab es sogar richtig was für für querdenker aber ich kann zu wenig weil ich habe nichts geschrieben aber ich fand es trotzdem interessant geiles thema hey 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 sag nicht für querdenker okay sonst denken leute nachher ich bin ein querdenker excuse me richtig oder was der dissi ist querdenker alter wie jetzt der fährt quer denkst du vielleicht ein bisschen zu viel wie viele leute sind jetzt eingetragen zu wenig chat also zehn leute sollten sich dafür noch eintragen eine bitte ja 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 ich habe mir schon gedacht warum sagst du selber nicht aber du hast wahrscheinlich ja moment wo ich wollte das nicht vom brennstand direkt press machen moment dauert noch kurz gibt noch mal extra so jetzt kannst du eigenständig diese ganzen channels ich warte dann mal bis aber auf eine geraden ich kann ja auch sowieso moment ist gut ist jetzt extrem sparsam und jetzt ganz sowieso in alle channels nur wenn ich fertig mit mir trinken wenn sie ich jetzt hier ist jetzt mit 33 verbrauch ich habe auch so wenig ja gut auf der drei oder auf mehr bei 1 1 3 2 was ja richtiger spritspare du bist ich war wirklich ich weiß frag mich aber nicht wie ich das macht dann fährt sie doch achtstens wie stelle unterstützung und in diesem sinne sei jetzt ich bin weg tschüss aus pisch für mich oh stulli bist du da aber dran an jansen weiß stulli bist du da gibt immer eine antwort neu ist schön studie ist da julie pass auf mein guter ich schick dir mal kurz ein wisper ja kannst du darauf antworten studie ich habe dir gerade bei twitch und wisper geschickt das wäre super knorke wenn du mir antworten kannst nice p 13 die c modi zimmer ist geantwortet grüße pass auf mein guter ich schicke dir jetzt via disco levi m schicke ich dir den gutscheincode zu und dann kannst du dich da auf der internetseite komplett austoben ok und was ich cool finden würde stulli ist wenn du mir sagen würdest was du dir gekauft hast weil das würde mich mal wirklich interessieren an alle anderen ihr könnt euch da gerne auf der homepage umschauen ihr könnt euch gerne auf der homepage umschauen leute wir haben davon nämlich noch eine menge mehr weil sauerkraut zwar so nett die haben uns nämlich zwölf stück davon zugesteckt und da geht einiges raus an euch wir haben auch noch zwei schöne goodie bags die wir noch verraffeln in über die ganzen 24 stunden also es gibt noch einiges zu holen und mach du ja red du erst mal weiter nee nee red du weiter sorry ich dachte du bist fertig eigentlich bin ich fertig sapi haut nachher auch noch einen raus dann könnt ihr bei sapi der sagt dann bescheid dann könnt ihr bei sapi auch noch mal einen reindonnern also ihr werdet gut versorgt meine meine kinder wir haben an euch gedacht so mal eine zusammenfassung vielleicht weil er ist das doppelt sind zu ende erster fahrerwechsel jetzt hinter uns und es wird nämlich auch gerade schon gefragt ich denke die frage gibt es bestimmt auch bei dizzy und bei sonst wem der gerade zuschaut also start war anders wild am anfang haben sich glaube ich gefühlt alle gut zurückgehalten aber so nach zehn minuten aber dann gemerkt dann dann wird es ein bisschen wilder gab es halt doch einige unfälle gerade auf dem berg ich glaube für meine verhältnisse würde ich jetzt sagen habe ich einiges gerettet sogar noch wo ich schon sagen könnte okay das hätte auch echt böse ausgehen können ja gab da natürlich einen dummen zwischenfall rennleitung gab uns durchfahrtsstrafe müssen wir akzeptieren und gerade dafür dass wir durchfahrtsstrafe bekommen haben und natürlich durch diese kleine sagt jetzt mal nicklichkeiten die es dann halt gab wo keiner irgendwas böses also das war keiner für gern und leichten schaden und so weiter was drin war ja wirklich sagen sie mal jetzt aktuell auf platz 13 das ist absolut überragend wenn man bedenkt was für ein starkes felder ist was für starke fahrer da sind also ja ich glaube wir können super zufrieden sein mit dem ersten doppelstint und beziehungsweise mit bis jetzt aber macht bis jetzt auch ein sehr grundsoliden guten eindruck also der glöpft vielen dank für die zusammenfassung warte jetzt eine fünf sekunden lücke nach vorne und dann haben wir auch schon extrem viele fahrzeuge die da auf einem haufen sind also wir sind auch nicht mehr so weit weg von der startposition trotz ja das ist auf jeden fall extrem kross ich denke auch ohne die drei froh wären wir wahrscheinlich da auch wirklich noch vorne 89 so um den dreh also dem ja alles easy alles noch drin und da kann man noch ein paar herzen und schätzt dann für radios prästsächliche direkt schon mal da ordentlich rein gebuttert hat also das war schon extrem stark ja das war also das war wirklich sehr gut ich war sehr beeindruckt danke euch also das ist die karre schon gut aus dem dreck gezogen die ersten zwei stints es hätte kaum einer besseren start fallen können war ich so wie das ansage ist raus ansage ist raus ansage ist raus so ein nightbot jetzt ja wie ich auch gesagt habe also ich glaube ich habe ich habe ja schon einige endo rennen jetzt hinter mir und ich glaube so eine stressige so einen stressigen ersten stint ich bin hier schon einige starts aufgefahren hatte ich echt noch nie das war schon wollen wir aber sagen wir aber schnell an den verkehr rankommen lassen oder sollen wir im prinzip ihn so ein bisschen draußen halten weil das ist halt vorne echt wild was ich glaube erst mal würde ich würde sowieso sagen jetzt wenn es so heiß ist wo ich die karre locker fahren lassen mit mir drei also ich habe schon gemerkt der unterschied zwischen map 3 und 1 so wenn du für richtig drin bis richtig im tunnel bis merkst du den unterschied sofort nicht unbedingt jetzt zeitentechnisch aber einfach wie die karre gleich aggressiver und wilder wird einfach und ich glaube wenn man dann halt wirklich mehr grip haben wenn es ein kühler wird dann können wir halt echt mit 1 ballern wie wir lustig sind dann haben wir auch da glaube ich dann merkt es zeitentechnisch merkt man es dann glaube ich nochmal deutlicher ja also wenn wir mit dem programm letzte rille fahren wäre das auf jeden fall extrem krass weil dann können wir ab ungefähr mitternacht glaube ich schon ohne spritsparen durchfahren mit den drei oder ohne großen spritsparen mit drei sekunden posten durchfahren ja nice ich habe jetzt auch gar nicht darauf garten bin ich denn erst das sind waren glaube ich 29 oder 29 27 im ersten und im zweiten 30 29 weil du also die einführungsrunde hat tatsächlich so ungefähr so viel gekostet wie eine schnelle rennrunde mit map 1 wahrscheinlich weil man auch viel anbremst noch genau deswegen 29 und nach 31 und genau planmäßig 3,3 verbrauch etwa also das ist auch vielleicht sogar 32 gehen bei deshalb zeitlich dann immer eng wird weil bei 32 musst du diese drei sekunden mal 32 machen uns da leider ein strich durch die rechnung gerade da hat der audi aber richtig die tür zugemacht ja einmal hatte ich auch eine überrundung der hat einfach vor mir ist er einfach auf die idealen linie beim bremsen gezogen habe ich auch gedacht ey dafür der andere bandley wo ich vorher auch gesagt habe der hat natürlich übertrieben platz gemacht also es ist echt krass wieder so oder so halt manchmal auch mal angeflogen von hinten ist aber auch spannend wie sich das irgendwie gefühlt durch alle liegen zieht dass du manche leute hast du einfach sagen ja gut sieht einfach entspannt und will einfach mal rennen fahren und manche sagen ja ich halte ja einfach maximal dagegen aber ich glaube es war also kurz weiß briefing vielleicht nicht jeder mitbekommen hat also im briefing wurde gesagt auf dem berg ist eigentlich überhol also quasi überholverbot oder berundungsverbot bergauf ist es noch okay wenn der zu überrunde klar platz machen will bergab ist es eigentlich nicht erlaubt und ich glaube das war ganz wichtig dass es jeder weiß weil ich habe halt schon rennen erlebt wo das eigentlich so für einen selber irgendwie klar war dass es unnötig ist da bleibt man halt hinten dran verliert halt vielleicht eine sekunde aber halt jemand anders hinten dran wiederum das nicht so sieht und halt maximal in jede lücke rein sticht und halt einfach nur unfälle provoziert und ich glaube hab ich so das gefühl gehabt bis jetzt dass das auch alle bis jetzt beherzigt haben und einfach alle auch wirklich versucht haben einfach hinten dran zu bleiben und dann waren wir auf die geraden wenn einer quer steht auf dem berg da toi 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 da war jetzt wie gesagt eigentlich nur der der honda der da einmal ziemlich schwierig stand high five für den feve das ist der einzige andere feve den es noch gibt auch p30 es war es waren doch aber noch zwei drei andere gemeldet oder und die haben sich alle irgendwie umentschieden noch mal kann das sein gestern gab es nur zwei naja von der sonne sapi macht auch gleich noch ein raffel chat also wenn ihr ausrufezeichen 24h eingebt dann könnt ihr noch zur sapi rüber düsen gilt dasselbe ich weiß nicht was er verraffelt und sie gucken aber sapi macht auch noch ein raffel im kommentieren kannst ruhig du kannst ruhig mit 1 aufrufen okay mache ich noch ab der bändle kurve dann kommt ja erst innen sieht wirklich nice aus also nochmal richtig fettes dank an stu der innerhalb weniger tagen uns da noch ein skin gebastelt hat so hier ging es auch außenverkehr draußen bleiben es hat sie nicht so funktioniert mein sitz ist hinten im untersten und vorne im obersten bin ich finde vor allem habt ihr schon entdeckt oben auf dem dach und den schleudersitz kater cut richtig gut also wenn es wirklich wild wird auf dem berg fahrer können wir noch in sicherheit sprengen jawoll netzko aber warum ziehen denn heute eigentlich alle wird zurück finde ich richtig krass also ich bin ja schon ein paar rennen auf bei first gefahren aber diese schnelle rechts einfach die ist halt auch maximal gefährlich irgendwie deswegen viel gut finde ich auch gut dass einige immer zurückziehen und seht ihr die nase vorne hat darf durchziehen und andere muss halt zurückziehen habe ich ja vorher auch gemacht bei dem einen bändle oder was es war mal wenn du da fliegst ist halt auch nicht so geil das war das ist durch sogar im chat vielen dank noch mal danke stu küsschen aufs nützchenmacher wirklich schöne arbeit danke dass du das so kurzfristig gemacht hat übrigens unter stu binde strich design.de könnte man sich ebenfalls mal ein race es geht auch hinten auf dem auto drauf als er es noch nicht gesehen hat entschuldigung chat heute muss ein bisschen in den 24 stunden müssen wir ein bisschen werbung machen weil viele leute haben viele dinge für uns möglich gemacht ich weiß dass das manchmal ein bisschen fälle ist aber das ist wichtig weil so haben wir die möglichkeit nämlich a mit dem skin zu fahren b haben wir preise für die für die ersten drei teams organisieren können und für euch auch noch da müssen wir halt einfach mal die rechte wange ein bisschen hinhalten und äh naja hashtag werbung moinzen magge flimmers giftet a tier 1 sub 2 stunden ja die einzelne habe ich schon gesehen dass heute 6 stunden nordschleife ist ja they have given 24 gift subs in the channel mabix hinten dran oder ja das ist mabix die alte retten sind wir die junge den würde ich nicht vorbeilassen nö ich auch nicht da würde ich einfach da würde ich reinfahren auf den berg direkt hier kann man langsamer da kann ich nicht mehr ein bisschen reifen verwalten guck mal mabix scheißarroganter schnösel wie der keine warnblinkanlage macht kein gruß gar nichts coffee das ist mabix wieder toll mabix mit dir wollte ich ein rennen fahren weißt du wir wollen zwischen 1 und 2 sehen wir gleich ich muss auch über linie fahren 14 sekunden 14 halb ja der honda fährt sein eigenes rennen davon wenn der nicht abfliegt das team ist einfach anders stark und dann fährt glaube ich ray wieder wenn ich mich ja ich bin mir grad nicht so sicher wobei wie hoch war aber das verbrauch als er voll gepusht hat sind das alles spieler ähm zum teil sind das spieler zum teil sind das sim racer kein spaß ja das sind alles echte menschen das ist keine ki oder so also du meinst mit sim racer dass manche von i racing rüber kommen ne genau genau die echten halt ne das andere ist ja alles spielerei ja ich muss kurz afk äh ich bin gleich wieder da ich lasse euch mal mit den beiden jungs alleine bis gleich ja geil stream übernahme uh äh kinimod kann ich ja noch nicht sagen ich hab mir den jungs die woche drei worte gewechselt oder so mehr nicht ja bei so einem 24 stunden rennen oder haupt bei einem endurennen sind es immer extrem viele fahrer weil jedes auto hat drei bis fünf fahrer ist kein team was weniger als drei hat also wenn man im schnitt mit vier fahrer rechnet bei glaubt wie viel sind hat stattgegangen knapp über 40 ne also ja knapp knapp 100 160 bis 180 fahrer sag ich jetzt mal sind hier schon am start äh ronny ja auf der homepage von der lfm low fuel motorsport.de.net.com ich weiß es gerade gar nicht aber aber macht es auch richtig gut aber vor allem enorm sparsam in den ersten runden gewesen wahrscheinlich so beim rantasten noch ja ich denke mal mein spritverbrauch wird am anfang in dem getimmelt auch nicht gut zu berechnen gewesen sein der ist bestimmt auch gesprungen wie sau genau ich bin am anfang selbst also gut am anfang hatte ich sogar selbst noch probleme weil ich nicht genau wusste auf was für eine zielrundenzahl man kommen soll und äh links oben bei acc steht ja auch immer wie viele labs man schon abgeschlossen hat und nicht in der wievielten runde man sich befindet das war halt super irritierend stimmt das wäre geil wenn ich so neben der lab noch so eine kleine äh lab stint lab irgendwie sowas halt machen würden so ein stint lab count also ganz klein kann ja eine kleine zahl sein also das wäre schon nice über der labs schrift einfach so ansonsten läuft derzeit alles nach planen ja es tut ihm was gut bis später mal tschüss 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 tanz wieder mal bei eins nutzen nein ich hasse das warum blinkt das dann denn niemand noch viel schlechter kunden schaden also an den stellen müssen die blinken ansonsten erschreck ich mich das hatten wir tatsächlich genauso eins-zu-eins auch mein Bankicin« wohit einfach links fährt und hinterherfahren, da kannst du halt nicht in die Zukunft sehen. So wie halt du. Ja, ne, es ist manchmal echt ein bisschen schwierig, irgendwie das einzukalkulieren. Kann man ja auch nicht. Wenn wir mal wissen, was der vorhat. Und ich glaube, manche Fahrer wissen selber als nicht, was sie so vorhaben. Das ist aber das Schlimmste tatsächlich, wenn du mit einem unsicheren Fahrer auf der Strecke fährst, der nicht so 100% entschlossen sagt, okay, ich greif an, ich verteidige, ich mach Platz oder sonst was. Macht es das super schwer, wenn er halt so ein Mittelding macht. Äh, Chat? Ja, auch Leute, die sich dann ab und zu mal ein bisschen verbremsen. Bei Zappi ist ein Raffel offen, Chat. Da sie einen Dive starten, den sie gar nicht wollen. Ach Gott. Ja, das ist wirklich schwierig. Der führende Honda hat by the way einen Boxstop jetzt extra eingelegt. Ja, der hat einen Crash gehabt. Hm, okay. Das kostet die Führung erstmal. Und glaube ich auch jetzt einen Fahrerwechsel dann. Äh, poste einfach den Link von Zappi in den Chat. Chat. Feuer frei. Aufi. Ja, King, ich denke, das Beste, oder was heißt das Beste, wenn man sich kurz kurz schreit, so wie sie es aber gemacht hat, und dann aber wieder abhaken, weitermachen, so, das ist das Beste. Ist was passiert? So komplett, ja, ist ja egal, nicht, nicht, nicht redewert. Hm. Wir haben kurz den Rasen gemäht, alles gut. Ach so, ja, gut. Aber, aber, aber ist unschuldig, also, da war ein anderer. Alles gut. Okay, bei Stulli hat alles, äh, funktioniert. Schön, Stulli, freut mich. Äh, Max, es ist mir eigentlich egal, ehrlich gesagt. Denkst du, McLaren hat eine Chance aufs Podium? Äh, das Team rund um Mabix ist auf alle Fälle. Warum lachst du? Ja, das ist, weil ich mir vorstellen kann, in welche Richtung die Frage eigentlich ging. Ach so, die Gegenrichtung der Formel 1, ja, okay, gut, ja. Das ist immer das Bescheuerte, wenn so viele, so viele Motorsportveranstaltungen sind. Ja, auch die haben prinzipiell eine Chance, immerhin haben die einen Mercedes-Motor im, im Hintern hängen. Sie haben im, ein, okay, 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 ja, so ist das, hinten im Rücken halt so, weißt du? Im Hintern hängen, ja. Da habe ich auch einen Motor, also morgens nach Hava vloggen. Ja. Wie viel Newtonmeter hat der so? Ja, 700 kommt das schon auf den Kessel. Warte, 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 da ist der Cadillac unter den Motoren. Ja, da ist richtig Schub drauf, sage ich dir. Düsenantrieb. Ich habe Schubmacher. Schubmacher, finde ich gut. Ja, ist mit Feuchtheitsspritzung. Vorbei an den Esten, yes. Ja, da war auch, glaube ich, auch Platz gemacht, oder? da ist gegen die Wand gefahren in der Bentley. Ah, okay, okay. Ja, ich habe gerade Helisicht, die sehen nicht mehr alles ganz genau. Das ist mir halt legit in jeder dritten, vierten Runde passiert beim Practice. Ja, mir passiert jetzt auch ab und zu noch dieses irgendwie. Schlimm ist halt, wenn das Auto anfängt auszubrechen, du nachkorrigieren musst. Dann, ja, korrigierst du halt schön in die Wand rein. So, jetzt P12, wenn er das jetzt hält, sagen wir, gut, gut positioniert. Ava kann fast voll durchpushen jetzt. Ist nice. Ich lasse ihn mal pushen, wenn es am Ende noch was zu sparen gibt, dann muss ich ja nochmal melden. Ja, ist gut. Ja, Vincent auf der 2 und weit weg. Ja, wenn sie halt gut reingeschwitzt, der Gute. Aber ich glaube, Start ist Patrick gefahren, oder? Nee, auch Vincent. Vincent komplett. Ja, ich glaube, Vincent auch. Wenn ich mich nicht täusche, oder? Also, ich meine, ich habe Patrick auf dem Auto gesehen im Start. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ein Tripples sind, Ja, du, wenn Vincent beflügelt ist, dann aber... ja, okay. Dann riecht sich, ne? Ja, wollte ich gerade sagen, dann lass es laufen, den Larry. Äh, Justin, ich gehe mal in der kommenden Woche einfach, denke ich. Hoff ich. was sind in den Top Ten. Ja, ja, gucken wir mal. Ja, das Rennen ist so lang, ich würde ungerne Prognose irgendwie machen wollen. Das kann sowohl extrem noch nach vorne, das kann aber auch extrem nach hinten gehen. Oder wir bleiben aber da, wo wir sind. Ich glaube, Vincent fährt immer noch Logitech, Außer Centrum hat sein Trustmaster rüber geschickt. Heißt Patrick mit Nachnamen Pinione, oder? Genau, ja. Dann ist er gefahren beim Start. Ja, okay, dann. Er und Audi ist halt auch anders schnell, deswegen. Ich muss heute so viel in Pitbull die anderen Autos markieren, damit man die Abstände sieht, das ist einfach richtig Arbeit, Leute. Falls Patrick zuschaut, sorry, falls ich deinen Nachnamen auch falsch ausgeprochen habe. Ich weiß es auch nicht, wie man ihn richtig ausspricht, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube auch, dass es das Englisch ist und eigentlich Pickton One heißt. bist du wie der Mercedes-AMG Project One? Ja. Moins broken. Schon meinst du peinen, oder so? Ich habe ja gerade die Heli-Cam an. Das sieht gerade oben über Skyline so wild aus, weil du dann noch mehr diesen Blick in den Tal siehst. Ich glaube, die Strecke in der Realität mal selber abzufahren, ich glaube, da kriegst du übelst Muffen so auf den Berg runter, weil das ist ja schon echt steil. Da sehe ich mich. Nächstes Jahr habe ich Rennfahrerfigur, dann geht es los. Also ich würde, ich würde, glaube ich, nur rollen lassen so und immer schön Bremse. Mit Gas ist da gar nichts. Ich meine, ich finde es auch, ich finde es auch so heftig, wenn du zum ersten Mal, ich glaube, Dave kann das bestimmt auch berichten, wenn du zum ersten Mal auf der Nordschleife in der Realität mal bist, leckofanny ist das steil. Naja, ich helfe dich. Absolut. Ich fand es übel, weil als ich zum ersten Mal dann da war, waren es auch direkt gewischte Bedingungen. Da denkst du auch so, na danke. Also ich war dann, konnte dann, wie heißt die letzte Kurve, nach Iran, oh Gott, jetzt bin ich komplett Brainer FK. Dettinger Höhe, wie heißt die Kurve danach? Denn ist es nie. Tiergarten, meinst du dann? Oder wie? Kann sein, ja, diese schnelle Linkskurve, die man eigentlich Vollgas nimmt. Ja, ja, Tiergarten ist das dann, runder. Oh, und hätte die durchaus auch mit 170, 80 oder so auch in diesen leicht diesigen Bedingungen fahren können, aber ich hatte dann die diesigen, die diesigen Bedingungen. Nice. Diesigen Bedingungen, ja, die Mager. Die Mager? Die Mager, ja. Das wird ja immer besser. Fahrt fort. Ja. Ich bin tatsächlich da fortgefahren, also, ja, hätte man, hätte man, hätte man wahrscheinlich schneller nehmen können, aber ich bin da mit 130 gefahren. Viel überlebt, ist auch gut. Oder Trade. Ich bin ja auch noch, wo wir da in Leipzig auf dem Porsche-Track waren, da haben sie ja, da haben sie ja alles quasi so sämtliche Streckenabschnitte nachgebaut, die es so gibt, unter anderem halt die Corkscrew von Laguna Seca. Das war auch anders wild darunter, ne? Und hoch. Zumal wir das halt quer hoch und runter gefahren sind oder gefahren worden sind, sagen wir es mal so. Ich wollte gerade sagen, da sind wir nicht mal selbst gefahren, ja. Nee. Ja, aber ich weiß nicht, ob es das jetzt besser macht. Wenn du da auf dem Beifahrer sitzt, wo so ein GT3 RS sitzt und der einfach mal komplett quer hoch und quer runter fährt. Der Fahrer ist eines der Schlimmste. Oh, Dixter hat bei Zappi gewonnen? Ei, 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 ei. Nice. Sorry. Seifenkisten bergrunter, ja. Panda-Paid, ich bin den ersten Doppelsinn gefahren. Ich fahre erst später wieder. Aber ist perfekt on target, was Sprit angeht. Der muss höchstens in der letzten Runde nochmal auf Map 3 kurz. Ja, okay. Zeiten sehen auch ordentlich aus. Von hinten sind die Leute noch nicht so schnell aufgeschlossen. Der Honda ist aber schon sichtbar. Ja, mal gucken. Wie gesagt, vielleicht haben wir die letzte Runde Map 3 nochmal, dann ist es sicher. ja, okay, gut, ich dachte, er meinte halt unten rein. Achso, du meinst direkt oben bei der Döttinger, oder wie? Genau da, wo die Bielsteinbrücke letztlich ist. Achso, ja, dann ist das Atomius Buche. Ja, ja, genau. Ja, ja, ich dachte, du meinst unten den Knick, das wäre ja der Tiergarten. Ja, gut. Ja, das ist eh schlimm. So, weißt du, deine Kuchen-Namen? Da hätte ich nicht voll durchfahren können. Ja. Ich tue mich eh mit den ganzen Namen schwer. Ich glaube, ich kenne mittlerweile alle in Monza und in Ilgien, wo es auch immer wieder zwei Alternativen gibt. Ja, das ist halt auch noch, ne? Dann sagt der eine so, der andere so. Tschüss, raus, peace, für die du. Manche sagen Pouren, manche sagen Dukle-Gouche. Ja, ich sag Pouren. Was gibt's denn noch? Ich sag auch, ich sag auch Oroche komplett. Radion gibt's einfach nicht, oder? Da fühlen sich die meisten ja immer super getriggert. Nur weil WTF1 mal irgendwann so ein Video gemacht hat, ist Radio, actually, seitdem es... Ach, ich finde Memes-Teams so anstrengend. Aber zum Beispiel die Pouren hat ja auch entweder Jackie X heißt sie oder No Name. Und dann denke ich, was ich auch so... Ja, Leute, come on. Mit den Kurven normalen Namen und gut ist. Ja, die Camille Strait heißt bei mir auch mittlerweile Mika Hacken-Straight. Ey, ich... Wenn das wäre okay, also für das Manöver könnte man ihm schon die Gerade schenken, so, vom Namen her. Das ist auf jeden Fall nice. Ja. Ich finde es schade, dass die Parabolika-Alboretto-Kurve heißt. Ich habe immer wieder so ein bisschen Monetarisierungs-Panik, wenn ich Covid-3 einen Monster benennen muss. Ich bedenke, ja gut, vielleicht denkt sich einer, ja gut, der spricht gerade jetzt kurz mal Polnisch. Aber... Die hätte man ruhig auch bedenken. Panda-Pad und vielleicht auch in alle, die noch mal zugeschaltet haben, noch mal ganz die kurze Zusammenfassung. Also Ava fährt jetzt schon, glaube auch fast eine halbe Stunde jetzt seinen ersten Stint. Zuvor bin ich den Doppelstint, also Start, beiden Startstints gefahren. Lief eigentlich, würde ich sagen, reibungslos, war ziemlich wild, gerade im Startstint. Und wir haben leider eine Durchfahrtsstrafe bekommen aufgrund einer Kollision. Haben aber abgesessen und in dem her von P8 gestartet, aktuell auf P12. Ich glaube... Ja, ich hätte eigentlich gedacht nach der Drive-Thru, wir sind, weiß ich wo, im Niemandsland. Gut, wir waren, glaube ich, auch zwischenzeitlich irgendwo bei Platz 30 oder so. Aber das hat sich ja dann alles durch die Boxen-Shops und alles auch wieder relativiert. Ja, der Vince macht aber einen richtigen Angriff heute. Mein lieber Mann. Ja, Vince geht jetzt auf P1. Mach einfach mal ein Mavix-Blatt. Ich lege mich fest, aber kann da entspannt durchfahren. Wolle ich den Vince hier schon vorbeilassen? Wenn der kann, ist er immer außen. Ich hätte ihn jetzt danach, aber gut. Und auch außen rum, oder? Wir fahren einfach in der Rechtskurve. Er ist schon vorbei. Situation. Okay, dann habe ich ein bisschen mehr Delay. Wir wissen alle, wie Vince ist mit Backmarkern. Also ich glaube, das war das bessere Manöver. Sonst kriegt Vince in der Schnappatmung auf dem Berg und dann... Also lieber Safety first. Hat jetzt vielleicht ein bisschen was gekostet, aber... Wir kennen ja unser Teammate, ne? Man munkelt, ja. Ohne das Böse. Das ist genau so, wie du sagst. Ganz ehrlich, ich hätte es gesehen. Schwupp, unten, Bentley-Kurve, bam. Spätestens wenn sein Sinn beendet wäre, wäre er schon wieder hier gewesen und würde das irgendwie kommentieren. So, also da, wo du, ne? Und... Ich bin auch dafür, dass die Kurve in der Altstadt in Baku in I am stupid Kurve benannt wird. Ja, vor allem das Lustige ist, wie es halt exaktly das Gleiche passiert. Also ich bin da auch reingeschallert und mir war das auch gar nicht mehr klar, dass Leclerc das gesagt hat. Und ich sag halt auch nur so im Let's Play. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Und dann später alle Helds hat es den Leclerc gemacht. Ich so, ja stimmt. Aber mir ist es so völlig normal gewesen, dass ich das halt sag, weil es halt einfach dumm war. Von dem her, ja, ich bin dafür, die solle so benannt werden. Ich hab gar keine Ahnung, wovon ihr redet. Letzte Kurve in Sektor 2 sollte auch Brake-Test-Kurve heißen. Ja. Brake-Testing-Kurve. Brake-Tested me. Kurve 1 ist die Brake-Magic. Der Honda hatte einen Unfall. Der musste einmal extra in die Box. Aber der fällt wieder vor. Keine Sorge. Der ist einfach eine ganz andere Klasse, die Jungs, die da drinnen sitzen. Overkill noch nicht, aber das wird kommen, sobald ich, ja, fertig hier bin. Ich hab noch nicht alles angeschraubt. So, meine Lieben, aber ich hab noch nichts zu Mittag gegessen oder geschweig denn überhaupt was gegessen. Ich werd mal kurz was snacken und bin dann, keine Ahnung, 30 Minuten oder so wieder da. Ja, und macht das, Ray. Guten Hunger. Danke auch auf euch. Möge das Essen mit dir sein. Möge das Essen mit dir sein. Ich hab noch mal kurz. Ja, ich hab nur auf P4, also... Ich sag mal, dafür, dass der Mords-Crash hatte scheinbar, ist P4, glaub ich, ein halber Segen. Also... So, richtig. Da ist er. Alter Rennsemmel. Ich weiß grad nicht, was du meinst, was hier war. Ich freu mich über jeden Essen, den wir überholen. Das ist mittlerweile irgendwie mein absolutes Hass-Auto. Auch wenn Hass ein sehr starkes Wort ist, aber der erste ist echt ein Hass-Auto. Seit dem 24-Stunden-Zesucher-Rennen hasse ich das Ding wie die Pässe. Warum? Ja, weil wir sind halt monsunartige Verhältnisse gefahren, irgendwie so 21 Stunden Regen. Und die sind halt einfach ne ganz andere Pace gefahren. Die haben ne ganz eigene Liga aufgemacht da. Richtig schlimm. Ach, monsunregen. Da seh ich mich. Boah, also das war krass. Ich fahr auch gerne im Regen, aber das war richtig krass. Ich hatte mal ein CP-Rennen, wo du quasi, also auch Suzuka, da hast du den S-Kurven halt nichts mehr gesehen. Absolut gar nichts mehr. Sobald halt vor dir in Auto war. Leute, ihr könnt mich noch hören, hoffentlich. Ja, wir können dich hören. Du hattest grad einen Leck, ja. Ja, das hab ich auch in-game gesehen, dass mein Balken hochgegangen ist und die anderen sich ein bisschen geleckt haben. Auch mein Stream ist grad auf null. Ja. Die ist jetzt runter. Deswegen hab ich gerade leichte Panik. Nee, wir sind, wir sehen dich. Du bist da und du fährst. Sehr gut. Dann hat sich auch alles wieder eingefangen. Sehr schön. Haben mir grad kurz in die Hose gekackt. Nächste Runde für Bergabfahrt dann einmal die Drücke durchgeben. Möchtest du bei denselben Drücken bleiben oder möchtest du etwas? Ich justier dann nach. Wahrscheinlich werde ich vorne rechts zwei PSI, also 0,2 draufhauen. Okay. Moment, das passt nicht hundertprozentig. Er muss halt bedenken, dass er vorne rechts Damage hat. Wenn du Damage hast, dann geht's auch gut und gerne mal ein bisschen runter mit dem PSI. Ja, dann musst du ihm das gleich noch mitgeben. Willst du ihm die Reifen durchgeben? Ja, und wenn du möchtest, dann kannst du ihm das gleich mitgeben. Aber mal rechne schon mal so oder trage es ein. Vorne rechts 0,2 plus und hinten rechts 0,1 plus. Hast du dir das gemerkt, Dave? Hast du dir das gemerkt, Dave? Vorne rechts 0,2, hinten rechts 0,1. Genau. Na los, komm, bevor du mir wieder mein halbes Bein kaputt machst hier. So, ich frag noch mal ganz kurz. Sag Bescheid, wenn du auf die Gerade gehst, weil ich bin nicht ganz im Speck-Later. Ja, ja, ja. Nach innen versehbar. Jetzt Bentley-Kurve raus. Pass auf, der Audi ist der, der vorhin links rausgefahren ist. Ansonsten bezüglich der Drücke rechts hast du Damage. Das reduziert durchaus gerne mal die Drücke. Bist du sicher, dass wir die adjustieren wollen? Ja, dann zumindest 0,1. Das ist auch ein Grad kälter geworden. Okay, copy. Ja, dann machen wir. Auf der rechten Seite dann 0,1 hoch. Sag auch noch mal kurz Bescheid, wenn der aufs Kurve 1 raus ist. Ja. Also meinetwegen können wir dann loslegen. Jetzt Dave. Sprit passt, by the way, bis zum Ende des Stins perfekt. Kannst voll durchpushen. Okay, also den Reifendrück gleich nochmal durchgeben. Kannst du das übernehmen oder? Vorne rechts und... Wie du willst. Also du kannst das machen, wenn du möchtest. Okay, copy. Richtig. Weil ihr ja jetzt gerade eh schon darüber gesprochen habt, dann muss ja nicht immer fünf verschiedene stimmen. Gut. Dann sag bitte nochmal Bescheid, wenn er aus der Bentley-Kurve raus ist. Das mache ich. Aber Stream hat gerade wieder einen kleinen Mini-Lag gehabt. Weißt du schon einer, wo der steht? Auf dem Berg steht einer. Nach der ersten Expo jetzt. Okay, gut. Warte. Aber nice. Aber hat auf Platz 13, 14 übernommen. Jetzt sind wir auf der 12. Das geht immer weiter und weiter voran. Jo. Jetzt ist der Bentley raus. Vorne links hast du 26. 24. Hier ist. Copy. 26. 24, ja. Dann vorne rechts 25. Sieben ist angepasst. Okay, copy. Dann 6357. Erst nach dem Knick und mal gucken, was er hier vor mir macht. Also was ist rechts, links? Also hinten links? 26, 3 und rechts passt. Okay, alles klar. Copy. Danke. Bei hinten rechts wollte er auch 0,1 angepasst haben, oder? Ja. Ja. Gebe ich schon mal schnell durch. Ist jetzt die erste Co. raus. Hinten rechts doch noch 0,1 hoch auf 25, 8, ne? Genau. Copy. Noob Tellerbrot, ich grüße dich, Moin. Ja, Safe Master, du hast Glück. Wir haben noch ein paar Gutschein-Codeskis haben wir noch übrig. Aber wir haben generell noch so einige Sachen für euch. Wir haben noch zwei Goodiebacks für Zuschauer. Wir haben von SpeedyRux haben wir auch noch ein paar Gutschein-Codes für euch. Und von Sauerkrauts auch. Also wir sind bis morgen gut versorgt. Also es gibt noch ein paar Sachen. Und das Schönste, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, dass Team 1, 2 und 3 alle was gewinnen. Also egal, ob es ein Team von 3 bis 5 ist. Autsch. Alle bekommen was. Also das Podium. Ja, man muss halt auch mal ein Autogramm setzen, wenn man so ein Fahrer wie Ava ist, ne? Ja, aber ich habe jetzt noch gar nichts gemacht. Äh, du hättest jetzt noch ungefähr 10, 12 Minuten. Ja. Ich hole mir eben schnell mal meine Soppe gleich und dann. Copy. Mach schon mal kurz mit Ava drüber. Jojo. Du bist wieder da, Ava. Was? Du bist wieder da. Ich bin wieder da, wie, 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 was, wo, war, weg. Also ich habe gesehen, dass du meinst, wie wieder weg war, deswegen. Ja, du hattest kurz wieder gelaggt. Wir überlegen eventuell, dass die, sie dann direkt einspringt, dass sich dein Internet vielleicht dann beruhigt. Ja, ich hasse mein Internet. Ich weiß. Oh je, Mini. Ah, das Internet bei Ava ist leider so eine belastende Geschichte. Das ist halt schon eine Liebesgeschichte, die sich jetzt schon seit mindestens drei, vier Jahren zieht. Und, wo gefühlt schon anscheinend angeblich, nehmt die Formulierung, die euch lieber ist, alles mal gemacht wurde. Und, äh, ja, irgendwie passt es trotzdem nicht so ganz. Wenn nicht, tatsächlich bin ich bei, oh Gott, oh Gott. Also sein Stream ist auch immer wieder off und on. Ähm, tatsächlich ist es bei mir so, dass der, ähm, also ich habe jetzt mittlerweile zwei Internetanschlüsse, falls was ausfällt. Und, der bei Vodafone, der hat super lange keine Probleme gemacht. Und dann hat er ein, zwei Aussetzer gehabt, pro Woche, pro Monat. Und dann habe ich gesagt, ja gut, sicherheitshalber nochmal ein Telekom-Anschluss. Und der ist halt wirklich bombenfest aktuell. So, wer da? Oh, WB. Was hat er gesagt? Ich denke, dass er gibt es auf jeden Fall, ähm, ja gut, er hatte halt nicht groß was dagegen. Also er laggt auch auf dem Server ganz gut hin und her. Okay, also ich, ja? Das ist ja auf jeden Fall sinnvoll. Okay. Okay, der Stream versucht gerade eine Verbindung aufzubauen. Äh, wie viel Zeit habe ich noch, Dave? Äh, jetzt sind es, äh, rund zehn Minuten. Auf dem Server bist du noch anspannend. Äh, ja, das sehe ich ja. Ich sehe ja noch andere fahren und kriege ja noch keine Nachricht. Ohne OBS nur rumspackt, soll mir das auch egal sein. Ja, minimale Lags auf der Strecke gibt es leider auch. Also zehn Minuten müsstest du dann auch auf dem Server direkt schon wieder zurück sein. Ja, ja, ich bin gleich da. Ich muss dann Ava seine Reifendrücke fahren. Dann bleibt mir nichts anderes übrig. Die Zeit habe ich nicht mehr. Oder haben wir nicht mehr. Jungs, scheiße, jetzt bin ich runter. Fuck. Äh, er muss wieder rauf. Fuck, 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 fuck. Warum OBS funktioniert noch? Jungs, hört ihr mich? Ja, ja, wir hören nicht. Ich gehe einfach wieder auf den Server rauf. Ja, du musst auf den Server rauf. Du bist Fahrer 1. Ja, 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 ich bin dabei. Ja, Mann. Ich übernehme das Auto dann gleich. Ja. Scheiße. Alles gut. Mach keinen Stress. Ist Ray noch auf dem Server? Ray ist noch auf dem Server. Kann einer Ray anrufen? Hat irgendeiner Ray so eine Telefonnummer? Ich habe sie nicht. Come on, Mann. Ja, warte. Äh. Oh, Mann. Come on. Fuck. Come on, scheiß fucking Internet. Scheiß Wohlaufhorn. Ich habe Ray seine Nummer halt gerade nicht an der Hand. Ich kann Ray nicht anrufen gerade. Oh, scheiße. Hat Dave sie? Warte, 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 warte. Oh, Mann. Oh, jetzt hat Ray sein Telefon aus, Alter. Echt jetzt? Oh, nee. Ich kann Ray nicht anrufen. Oh, nee. Oh, fuck. Ja, ich habe gerade auch versucht, Ray zu erreichen. Ist Ray Fahrer 1? Nein, ich bin Fahrer 1. Aber Ray ist noch im Server. Naja, das müssen halt alle runter. Oh. Gibt es doch nicht, ey. Ja, heute, Mann. Man kann nicht gegen. TeamSpeak zeigt mir auch an, dass ich 22% Packet-Loss habe. Ey, Kotze. Tut mir so leid, ey. Klar, wir wissen ja, bei wem wir uns bedanken können. Nicht bei dir, sondern... Radar-Fone. Ja. Ich habe die Geschichte kurz mal ausgeführt, in der Hoffnung, dass da irgendein Dude im Hintergrund sitzt und dran arbeitet. Naja. Ich glaube, nicht am Wochenende. Come on, Ray, nimm noch bitte dein Telefon mit. Oh, Ray, nicht schon wieder. Es ist Tag hell. Steck dein Telefon in die Hosentasche. Alter, Mann. Nicht zwei Rennen hintereinander, please. My man. Oh, Mann. Ich habe vorhin extra noch gesagt, dass jeder sein Telefon mitnehmen soll. Nonstop 24. Come on. Meine Verzweiflungstag ist einfach, über Discord Ihnen anzupingen. Ich halte die Schnauze. Entschuldigung, ich sage das jetzt so, weil ich geladen bin. Lass das, Fry. Ich halte auf damit. Und Entschuldigung, den Ausdruck. Oh, come on, Ray, please. Please, Ray, please. Ich kann noch nicht meine Hände sein. Ah, papapapapam. Nee. Nee. Das kann doch nicht wahr sein. Man kann Leute nicht kicken. Er muss von alleine runtergehen. Er muss ans Telefon, an seinen Rechner und da runter. Das ist genau das letzte Mal. Das ist genau das letzte Mal. Das ist genau das letzte Mal. Chat, euch geht das überhaupt nichts an. Ihr solltet die Ruhe bewahren und nicht aus Frust irgendwas schreiben. Wenn ihr einer frustriert sein sollte, dann sind wir das. Wir sind nicht frustriert, noch nicht. Also lasst es gut sein und erhitzt die Gemüter nicht noch mehr, als sie schon erhitzt sind. Keep calm. Rubbelt euch die Nippels. Entspannt euch. Come on, Ray. Geh ins Telefon, bitte. Ich höre euch zwar nicht, aber ich bin runter vom Server. Kurz vor Stint Ende. Ich kann abkotzen. Ist das Head-Up noch geladen? Oder muss ich das neu laden? Du musst das neu laden. Okay. Ich habe keine Reifendrücke. Ich fahre einfach raus. Ich verstehe dich nicht, du Lex. Oh, scheiße. Ja, hier seid ihr. Habt ihr es gehört? Ich bin runter. Ich weiß nicht, ob ihr die Leute gehört habt. Ach, fuck it. Also für euch. Falls du noch was hören kannst, ich starte mal alles neu. Yo, do that. Scheiße, chat. Ihr habt jetzt zwei Stunden, äh, zwei, ne, warte, hab ich noch mal. Gerade ist es passiert, oder wie? Boah, fünf Minuten, sechs Minuten. Okay. Okay. Könnt ihr kurz mal im Discord reden? So, die sind in den ersten ein, zwei Runden aufpassen. Deine Drücke sind niedriger, weil Controls lockt. Aber danach geht's voran. Chat, wir haben kein, äh, Dings mehr. Äh, ihr könnt jetzt gerade die zwei Stunden nicht das andere hören. Discord hat das geändert. Sorry. Ich join jetzt auch drauf. Oder soll ich, Irini? Nee, komm, ich geh über das Spec rein. Na gut, wir müssen mal gucken, wie wir das mit Ava-Stints noch regeln. Boah, vorher war das Problem ja wenigstens noch Angst da. So, wir lassen das jetzt mal leihen. to. Wenn euch noch nicht weitergehen. So, es geht's. Der Motor ist auf der leften Seite. Clear on the left. Fossil-cars approaching. Sheddle on the right. Fire! Fire! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Faster car, come get behind you. Car on the right. Clear on the right. Faster car is approaching. Aber da können wir ja Dave jetzt nochmal fragen. Ich denke halt mal Internet war halt weg, ne? Bye, bye, aber... Oh, war Internet weg. Sorry, war noch gemutet. Alles gut. So, ja, hat sich zwei, drei Runden angedeutet. Dann war halt, überlegte sie dann früher ins Auto zu setzen, aber wir wollten dann nicht den Stint unterbrechen. Ja, also, ich hab's halt leider zu spät gesehen. Ja, aber ganz ehrlich, so früh am Tag, ich hab da halt noch nie ein Ava Disconnect gehabt, so früher. Am Tag, das ist halt superviele glückliche Zufälle, die jetzt zusammenkommen. Gut, jetzt kann man nur gucken, dass man da weitermacht. Ja, jetzt gibt's halt ne Comeback-Story. Ist doch okay. Oh, das tut mir so leid, ey. Ja, ach, da kannst du doch nix für. Also, das kann jedem passieren. Ja, wir fahren halt, wie freut er sich. Dann kann Michel wieder Leute überholen und freut sich, wie viele Plätze er gut gemacht hat. Das Problem ist jetzt halt, äh, ist jetzt halt die blaue Flagge-Geschichte. Wir dürfen maximal nur eine Runde jemand hinter uns halten. Und wenn wir es halt nicht dauerhaft schaffen, jemanden zu distanzieren, ist das mit dem... Ja, also, wir haben halt quasi jeder, der halt hinter uns auftaucht, müssen wir halt quasi vorbeilassen, Stand jetzt. Das ist halt das... Heftige. Aber gut, es ist so. Na, ist der First Challenge, genau. Aber die fängt man meistens mit Rennstart an, nicht schon nach drei Stunden. Mhm. Aber macht ihr keinen Kopf. Der Ray-Do auch nicht, ganz ehrlich. Ich hätte höre dir das vor, Fragezeichen. Ist halt so. Und dann in LMP2, der in der letzten Runde in dem Real Le Mans einfach rausgegangen ist. Oder wie oft ist Toyota bei Le Mans schon irgendwie kurz vor Schluss abgeraucht. Also, ja, das ist halt, ja. Ich mach gleich leiser, Chat. Gib mir eine Sekunde. Ja, wenn ich den Stream schon wieder anschmeiße, kannst du echt knicken. Das gibt's doch nicht. Ja, da kam ich jetzt noch gar nicht dazu. Wo ist der Ei? Das war halt jetzt hier gerade Prio. Aber ich guck mal. IC, aber The Disconnect. Und ich war noch auf dem Server. War gerade Mittagessen. Da hab ich natürlich das Handy nicht im Hosensack. Sondern da zieh ich mir natürlich genüsslich das Essen rein. Und bin dann halt jetzt erst fünf Minuten später nach dem Disconnect wohl gekommen. Und deswegen standen wir jetzt halt so lang. Bin aber sofort, als ich gesehen habe, als ich ins Zimmer bin, als ich da quasi nichts mehr sehe, war mir klar, was ich zu tun habe. Nämlich sofort vom Server runter. Aber ja, gut ist jetzt halt so. Machst du nix. Was gab's zu essen? Äh, Milchreis hab ich mir gemacht. Es geht schnell. Stopft unmenschlich. Und ja. Moin, moin, Leute. Also mein Chat jetzt, ne? Benehmt euch bitte. Behandelt die Situation mit Respekt und mit Ruhe. Lasst das nicht eskalieren. Immerhin. Dieses Reifen drücken kostet ziemlich gut. Das sind noch 21 Stunden. Ah, sehr gut. Jetzt müssen, um die nächsten Stunden, sollten die Temperaturen relativ... Und ihr wisst, von hinten fahren ist sowieso interessant. Relativ konstant bleiben. Ja, ich lasse jetzt erst mal meinen Stream stream sein und... Ja, wir haben im Zweifel genug Übertragung. Aber, ja, klar, natürlich ärgerlich für dich, aber... Wenn's grad nicht läuft. Ja, kommt her, Maus. Hat man eine 50 Mbit Upload-Leitung laut Vertrag? Was kommt an? Nix. Ja, kenn ich. Ähm, Dave, kannst du mich hören? Kannst du mir ungefähr sagen, wie viel Runden wir zurückgehen? Die Lösung ist zwei Stockwerke unter mir. Also egal, auf wen. Rückstand auf P41. Soll ich das tatsächlich aussprechen? Das sind fast zwei Runden, oder? Ich bin übrigens gerade auf P4. Ich hab den Abstand zum Mavics zumindest gesehen. Ich glaub, da sind wir sieben Runden hinterher. Korrekt, ja. 41 weiß ich nicht genau gerade. Aber... Aber... Zwei Runden? Fünf mal überrundet? Äh, ich weiß nicht, mach mal. Ich guck grad noch. Boah, jetzt legt's kurz. Ähm... Ja, wir sind also... 41... Also Nummer 97, Runde... Äh, Position 41 ist Runde 91. Wir sind 89. Das sind für mich zwei Runden, ja. Okay. Ja. Beziehungsweise die sind, glaub ich... 97, wo fahren die sind? Müssen eigentlich genau der Gruppe vor uns sein, oder irgendwo? Oder hab ich mich davor verguckt? Ja, ich hab mich verguckt. Okay, kein Harnung, wo die sind. Das sind ja richtig aus. Viel Glück an dich, aber... Ich denke, das Glück gilt an uns alle. Ja, Olli, ey, Internet ist echt immer so eines... Also, Internet und Blue Screens, glaub ich, irgendwie ist immer das, was ich so... Weil Blue Screens hatte ich jetzt tatsächlich schon sehr, sehr... Jetzt verschrei ich's, ne? Nee, Blue Screens hab ich immer oft, öfters. Ähm... Nein, ähm... Ja, nee, das ist grad so Internet... Ich hatte ja auch vor... Irgendwann im letzten Trainings-Stream auf einmal was Internet weg. Hatte ich nie. Also, davor ist mir einfach nicht gewappnet. Los, Updates sind immer super. Oha, holy moly. Hui, Memo. Äh, Khaleesi... Äh, Bunda hat aber angerufen, wo ich schon von Serba war. Ich hab ihm grad zurückgerufen. Weil ich dachte, was will er jetzt noch? Aber ja, alles gut. Nee, aber er hätte nix gebracht. Nee, zum Essen nehm ich halt's Handy nicht mit. Also, gut, jetzt weiß ich, jetzt nehm ich's einfach überall mit. Solange das Rennen läuft. Wir hatten's ja vorhin kurz mit iRacing. so zu machen, weil... Ich find das System halt auch ein bisschen Quatsch, zu sagen, ja gut, wenn ihr... Wie wenn einer vom Server fliegt, muss jeder vom Server runter und so. Ja, ja... Ja, das ist halt alles noch so ein bisschen... Ein bisschen dirty, glaub ich, gelöst. Äh, sie haben ja auch gemeint, auf die Frage hin, ob sie halt mal so ein Pit-System einbauen, ne? Dass halt die anderen Fahrer quasi den Box-Job einstellen können. Warst du da auch dabei, äh, bei der... bei der PK, oder? Nee, 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 ich dachte, du meinst jetzt was anderes. Ja, nee, auf jeden Fall, also dieses Pit-Dings haben sie alle auch gesagt, das können sie nicht lösen, weil sie sind froh, dass es überhaupt grad funktioniert, alles. Ich denk so, wow, okay, das klingt jetzt nicht grad sehr sauber reinprogrammiert. Ich hab nur einmal mitbekommen... Caro, danke dir! Ich hab nur einmal mitbekommen, dass Jardy auf, äh, Twitter... Also Jardy hatte irgendwie ein Video gemacht, so, ja, wie man ACC noch besser machen kann und das ist ja der Typ Nummer 1, der irgendwie extrem viel ACC fährt. Und dann hat irgendeiner das auf Twitter geteilt, so, ja, äh, währenddessen hörten die Entwickler von ACC irgendwie gebannt zu und dann antwortet einer der Entwickler so, not even close oder so, oder nicht mal im geringsten, so, wo du dir halt denkst, so, ah, Leute, das ist halt gerade so jemand, der halt so positiv über euer Spiel denkt, das so sehr liebt und wahrscheinlich einfach die größte Werbefläche für euer Spiel ist, ach du Schreck, was für ein unfassbarer Verkehr da. Ja, das ist grad heftig. Ey, jetzt ist es eh, also, ich bin ganz ehrlich, egal, was jetzt noch passiert in dem Rennen, den Spaß nehmen lassen wir uns jetzt überhaupt nicht nehmen und jetzt ist halt wirklich einfach, gucken, wie weit es noch nach vorne geht und das wird jetzt ein übelstes Mammutprojekt. Ja, das, äh, das wort mich ja gerade, es hat's gerade so Spaß gemacht zu fahren, auch wenn ich jetzt zweimal die Wand touchiert hab, aber, ja. Ja, wie gesagt, jetzt ist man halt leider in der Situation durch die blaue Flagge Regel, dass du notgedrungen Leute manchmal vorbei jetzt lassen musst. Wollen bei den Knäuel halt. Ja. Ey, Julien, die werden Internet ausfallen. Eine positive Sache, und zwar kann ich die Stints im Prinzip 1 zu 1 so jetzt belegen, also im Prinzip hat sich dann in den Stints-Zeiten absolut gar nichts geändert. Ja gut, jetzt würde halt normalerweise noch Ava fahren, oder? Ja, ja, eigentlich hätte ich jetzt meinen zweiten Stint. Das war ja kurz vor meinem... Ja, der Stint ist jetzt halt quasi vertauscht jetzt sozusagen. Also eigentlich wäre das sehr, äh, war ich kurz vor Stint Ende. Waren, glaube ich, noch fünf Runden oder so. Ach so, also das heißt, es wäre jetzt eh die Sie dran gewesen. Nee, ich wäre halt eigentlich nochmal gefahren, aber es war schon... Oh, das war noch im ersten Stint. Ja, genau, es war noch im ersten Stint. Ja, genau. Es stand aber schon in Gedanken rum, weil ich schon... Ja, da vorkommen, ja, ja. ... ein bisschen rumgeleckt habe, in-game. Oha. Und hier da vorne. Dass wir dann halt einmal schon mit Lizzie tauschen. Wie... Wie viel habt ihr jetzt verloren? Offensichtlich alles. Also, wir sind letzter. Wir sind sieben Runden hinten dran. Äh, zwei, fast zwei Runden hinter dem nächsten. Weil, was haben die halt gemacht auf Platz 41? Da muss ja auch irgendwas schiefgegangen sein. Also bisher auch nicht einfach fünf Runden hinten dran. Startnummer ist es. 97, oder? Ich bin nicht im Spectator, deswegen frage ich. Ja, ne, ne, 97 ist es. Die sind jetzt, fahren jetzt berghoch, Kurve 4. Ach, man. Also, es sind schon ziemlich zwei Runden. Lass mich doch bitte vorbei. Come on. Ich bin schneller. Ich bin viel schneller. Blau eigentlich eine Runde. Ja, deswegen, Lizzie muss jetzt bald den hinter sich vorbeilassen. Don't do me like this. Come on, baby. Ach, are you fucking sick? Come on, why? Das kann doch nicht dein Ernst sein, ey. Ich mein, wir haben ein Ziel haben wir noch. Bester Ferrari werden. Also. Oh, ist der andere auf das 30. Ja, also, das ist auf jeden Fall möglich. Ja, du brauchst mich nicht anblinken. Ich will auch vorbei. Wir haben Internetausfall, Leute. Und ich war gar nicht rechtzeitig direkt da. War aber auch klar, oder? Weißt du, ich gehe essen und genau dann passiert es. Hätte das nicht vorher oder danach passieren können? Ja. Oder gar nicht halt, natürlich, aber... Ja, richtig, mir was lieber ist gar nicht passiert. Du bist kurzer, ey. Wir stecken genau in so einer Bubble drin, wo wir nicht rauskommen können. Du kannst halt auch null nach vorne fahren, dann. Ja. Das ist ja auch das, was ich immer so gesagt habe in den Endurance-Rennen. Egal wie stark du bist am Ende des Tages, wenn du es schaffst, so lang wie möglich, alles, was Zeit kostet, zu vermeiden. Wir fahren jetzt Brecheisen. Und so weit nach vorne wie möglich zu kommen, einfach dadurch, durch die Platzierung und durch die blauen Flagge-Geschichte, hast du einfach so viele Kämpfe, die du nicht fighten musst. Wo waren wir vor Disconnect? Ich denke, 12, oder? 12, ja. Ich habe halt zwei snacken können, aber auch relativ easy. Aber, ja. Ich habe zwar nicht drauf geachtet, ob ich auch noch auf den vor mir dann noch aufgeholt habe oder nicht, das weiß ich nicht. Gilt blau für alle, nur für euch. Ja, blaue Flagge gilt. Also, wenn jemand anderes überrundet wird, dann gilt es für den halt auch, genau wie für uns halt. Im selben System. Oh Mann, das hat doch nicht euer Ernst sein. Ja. Der wird sich nicht mehr... Mann, ey! Er hat noch vor ein paar Tagen gesagt, ich habe keinen Bock zu trainieren, weil immer, wenn er trainiert, passiert eh irgendeine Scheiße und das Training war umsonst. Und jetzt hat er doch trainiert. Oh je. Ja, ey. Er hat mal nicht trainiert, er hat's gechingsed, come on, Miefe ist schuld. Nein, nach was. Aber ich lasse jetzt Dizzy ein Doppelstand fahren, okay? Ja, klar. Dann kannst du danach schauen, wie es mit dem Internet aussieht. Ja, besser ist. Ja, besser ist. Vielleicht wird's ja... Vielleicht wird's ja später besser oder so. Ja, ich habe jetzt hier immer die Verbindungsinformation von Discord, äh, nicht Discord, hier Teamstick offen. Da ist Montan-Paketverlust 0,0. Oh Gott. Vorhin waren's ja 15 bis 25 Prozent. Hätten die Nachbarn nicht mit dem Runterladen von Erwachsenen-Filmen warten können? Das Ding ist ja, meine Nachbarn haben noch nicht mal Internet. Oh Gott. Es ist ein fucking Zwei-Familien-Haus, aber meine Nachbarn haben noch nicht mal Internet. Oh. Das heißt also, einer der anderen Häuser stört hier gerade massiv rein oder es ist einfach wieder ein dickes fettes Problem. Irgend so ein Typ mit Runterfro. Aber solche Probleme kriege ich irgendwie von Vodafone Kunden immer am meisten irgendwie mit. Deswegen ist Vodafone komplett unattraktiv. Ja, deswegen bin ich froh, dass ich, deswegen bin ich froh, dass ich auch wegkomme, weil dann kriege ich symmetrisches Internet. Dann heißt das eine 600.000er Leitung auch im Upload. Ich meine, das sollte genug Puffer sein. Ja. Genau. Genau. Ideal. Ist zwar schweineteuer. Verloren. Ja. Das ist ja jetzt noch mal teurer als wie dieser Vodafone Business-Vertrag. Neunzehn Minuten quasi wurde alles nach hinten geschoben. Ich denke mal, dass wir jetzt eine komplette letzte Rille fahren können durchgehend. Ja, ich denke halt, das werden wir nicht mehr rein fahren mit Sprit sparen. Das heißt eher umgekehrt jetzt, ne? Ja, ballern und. Jetzt habe ich, jetzt habe ich 0,5% Packet los. Und dafür, dass ich eigentlich nix habe. Also kein Upload mehr. Also, ich bin ja nicht mehr. Ja, wobei unser Teamspeak muss ich auch ehrlich sagen, ist glaube ich ein Phänomen, was Paketverlust angeht. Er leckt sich manchmal was zusammen. Das Ding ist ja, ein Speedtest bringt man ja auch gerade nix, weil es ja diese Einbrüche immer in regelmäßigen Wellen gab. Wobei, wo ich angefangen habe in Mainz, da sah es eigentlich ganz gut aus. Da war es relativ stabil. Und dann ist ja komplett in sich zusammengefallen. Ja, dann machst du halt nix, ne? Das ist halt ein kompletter Zufallsfaktor. Richtig. Wie funktioniert Dukis Lenkrad oder nicht, so. Ja, das ist auch sowas als immer gewesen, ey. Weil das Ding ist ja, bisher hatte ich ja immer Schwein Endurance Rennen, dass mein Internet da immer gehalten hat. Zumindest ist es immer da, wenn ich fahren musste. Ja, aber so ist es halt manchmal, ne? Manchmal. Natürlich. Fahr einfach von außen. Da habe ich glaube ich in jedem, hatte ich irgendwas. Blu-Screen, Windows-Update, Internet weg. Deswegen, toi toi toi. Eigentlich hatte ich die letzten Male eigentlich nie was, außer jetzt halt das mit dem Handy Handy nicht an oder dabei. Kommt nicht vor, weil es kommt da nicht dran vorbei. Weil ich halt blau bin und keine Ahnung. Das würde ich aber nicht als technisch indifizieren. Weil die jetzt einfach nicht... Äh, Frosty, dumme Frage, aber wenn dürft ihr überholen ohne nach blaue Flagge, die blaue Flagge kriegen war? Stand jetzt immer gezeigt, selbst wenn wir den 41. überholen, weil dann haben wir immer noch nicht die Position gewonnen, weil Stand jetzt ist jedes Fahrzeug im Critch mindestens eine Runde weiter als wir. Das heißt, egal wen wir jetzt, an wen wir vorbeifahren, haben wir instant die blaue Flagge. Aber wir haben ja eine Runde Zeit, die quasi zu ignorieren. Und ich sag's mal so, da wird die Rennleitung jetzt auch nicht meckern. Wenn wir auch wirklich schneller sind, dann wäre ja Quatsch, wenn sie uns bestrafen. Also du kannst ja nicht verlangen, innerhalb einer Runde eine Sekunde wegzufahren. Und ich denke mal, wenn das Team uns dann anzeigt deswegen, dann wäre das eine ziemliche, ich sag's mal ganz vulgär, eine ziemliche Arschloch-Aktion. Also, come on. Also wenn man schneller ist und man vorbeifährt, dann ist man halt schneller und man ist halt vorbeigefahren. Wenn wir halt länger ignorieren und der hinter uns halt wirklich schneller ist, dann kriegen wir eine Strafe, das ist klar. Ja, man kann auf jeden Fall der blaue Flagge entkommen. Es ist halt trotzdem, ihr müsst es halt euch so vorstellen, du bist jetzt in einem Trott und von hinten kommt jemand ran. Der hinter dir ist aber von der reinen Pace oder da, wo du eigentlich wärst, gar nicht relevant. Also der müsste sich halt genauso jeden anreihen. Aber wenn du jetzt halt in diesem Trott hängen bleibst und der hinter dir aber halt nominell positionstechnisch vor dir steht, musst du ihn halt irgendwo vorbeilassen. Du kannst dir nicht das Argument bringen, ja davon ist Stau, also bleib hinten dran. Sondern dann musst du halt trotzdem sagen, ja okay gut, laut Regeln muss ich jetzt nicht halt vorbeilassen. Dann darfst du im Stau eins vor und ich muss halt schön immer hinten bleiben. Deswegen war das jetzt bei Dizzy gerade so schrecklich, dass das so eine riesen Traube war. Da konnte er gar nichts machen. Weil er da reingedeift wäre oder vorbeigegangen wäre dem einen oder anderen, hätte er wahrscheinlich wieder dann aber einen oder anderen wieder vorbeilassen müssen. Weil er sich niemals hätte davon distanzieren können. Ja, ich denke den 36. der da vor ihm ist gerade, den kann er noch überholen. Da könnte es noch passen. Danach müsste er sich irgendwie an den Herrn Haim dranhängen oder so. Wobei, Mr. oder Mrs. Haim waren ja auch. Ja, in ACC. Entschuldigung. Hätte du erst noch. Ja, auch Frauen mit. Das war nur das, was ich auch ergänzen wollte. Wenn ich in dem Fall nicht weiß. In ACC ist es so, dass blaue Flagge genau eine Sekunde. Du regst die blaue Flagge gezeigt. Sobald der Hindermann, wenn er natürlich vor dir ist, eine Sekunde in deinem 1 Sekunde Fenster ist. Die blaue Flagge verschwindet auch instant wieder, wenn du außerhalb dieser 1 Sekunde bist. Also da ist jetzt kein krasses kompliziertes System dahinter, das ist einfach diese 1 Sekunde. Also aktuell haben wir vier Stints, wo wir theoretisch auch 29 Runden fahren können. Ansonsten wären 30 Runden angestrebt und ich glaube, die sie mit dem aktuellen Spritverbrauch würde auch auf 30 Runden hinaus kommen. Okay. Das heißt aber, wir müssen, oder zumindest mal ein Beispiel von mir, ich müsste halt voll sparen jetzt. Nee, 30. Du würdest mit Sparen auf 31 kommen. 30 Runden, du kannst ziemlich voll brettern mit. Aber ich muss kurz sparen, oder? Weil ich meine, ich komme dann auf 29, irgendwas, wenn ich jetzt... So. Ja. Ich guck mal ganz schnell. Du musst zweieinhalb Liter sparen. Das sind sechseinhalb Runden ungefähr auf Map. Gut, mit Verkehr würde ich sagen etwa sechs Runden auf Map 3. Ja, ja. Fünf bis sechs Runden dann. Ja, okay, gut. Dann geht es ja noch. Ich würde an deiner Stelle einfach ein bisschen kloppen und dann kannst du, wenn du halt im Verkehr bist, geht es ja eh automatisch runter. Und ansonsten würde ich halt in ein, zwei Runden dann Bescheid geben. Ich glaube, gut, jetzt kann man eh das halt so machen, dass man halt auch einfach primär pusht und dann halt irgendwann guckt. Und man das halt dann wieder spart. Dankeschön. Ich grüße dich. Und das macht jetzt den Kohl dann auch nicht fett, glaube ich. Boah, jetzt mal ein bisschen Freirunden für die sie jetzt go. Jo. Wollen wir doch so anfangen, bist du ja in die Gerunde. Das ist auch wunderbar. Das ist ja 0,5 Sekunden hinten dran. Jetzt hat diese blaue Flagge, das wird oben auch ein bisschen blauen Balken symbolisiert. Wenn es diese jetzt schaffen sollte halt, im Beispiel innerhalb dieser einen Runde wegzufahren, dann gibt es ja eh keine Diskussion. Wo ich mich ja anfangs gewundert habe, ist, dass ich überhaupt nicht auf Pace gekommen bin. Auf dem Trainingszimmer bin ich da eine 2 zu 6 gefahren. Und da hier bin ich ja nicht unter eine 3 hat gekommen, zu Anfang. Ja, aber das ist auch so ein bisschen das Rennphänomen, finde ich, weil du dich unterbewusst alleine schon hier und da ein bisschen zurücknimmst. Ja, ich habe ein bisschen oben auf Skyline, habe ich ja nicht volle Rille durchgenommen. Und, äh, also ich sage auch immer, wenn ich Training fahre und auch so konstante Trainingszeiten habe oder für mich so Zeiten habe, wo ich sage, okay, bei den Thames und so weiter, habe ich die in die Zeiten. Dann denke ich immer so, wenn ich im Rennen eine halbe oder im schlimmsten Fall auch eine Sekunde langsamer bin als diese Zeiten, bin ich völlig fein so. Dann mache ich mir da keinen Stress. Also wenn ich halt deutlich langsamer dann bin bei freier Fahrt, dann mache ich mir auch meine Gedanken und denke so, hm, okay, Ray, jetzt hast du wohl irgendwo doch ein bisschen das Gaspedal verfehlt. Aber, ähm, ansonsten finde ich das völlig normal. Weil ich höre immer auch wieder Leute sagen, die dann sagen, ja, im Rennen fahre ich ja nochmal schneller als im Training und so. Da denke ich immer so, ja, wirklich? Weiß ich nicht. Finde ich immer ein bisschen schwierig. Volli fein, ja. Dann hast du nicht richtig trainiert, habe ich so das Gefühl. Volli fein wahrscheinlich, aber, also das kenne ich von mir zumindest, aber Rennen. Ja, klar, weil da bist halt noch, weil, im Qualifying gehst du ja auch wie im Training. Voll ans Puschen. Achso, ne, ne, ich meine, dass ich im Rennen schnell oft als im Quali, ich kriege halt nie eine Runde zu sagen. So, ja, ja, genau, das habe ich halt auch, weil ich kein Quali, Quali kann ich einfach nicht. Das kann ich auch noch verstehen, aber, na gut, wenn du sagst, im Rennen bist du halt noch mal schneller unter Druck. Also, gut. Natürlich muss es nicht auf dem Niveau sein, aber dann bist du halt so ein Charakter wie Verstappen oder Hamilton oder so schon. So, wo du halt, der Druck entsteht, Diamanten, aber ich glaube, das ist halt auch so für eine sehr gezielte Auswahl an Personen. Oh, das ist Platz 40. Platz 40 ist abgeflogen. Sehr schön. Ja. Schade für die Jungs, aber wir reden ja nicht immer aus unserer Perspektive, ne? Ja. Disconnect für alle. Ach, wie schade. Ja, gut, wir sollten mit der Startaufstellung vom Rennstart beginnen. Ja. Oder von mir aus auch mit der Startaufstellung, aber ohne den Rundenrückstand. Wäre auch schon was. Richtig. Richtig, genau. So Safety Car und alle dürfen sich zurücklappen. Das würde halt ewig gehen, ne? Oh ja. Ich weiß nicht, wie lange das gehen würde, bis alle sich aufgelappt hätten wieder. Dann würde der erste wahrscheinlich einen kompletten Stink fahren im Safety Car. Ja, oh! 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 Ja, und der Bentley lachte. Und ich so, geil, ich komme frei. Nooo, das ist der Thunderbolt oder der Thunderbolt. Oh, die ist doch nicht vorbei. Sehr schön. Ich kann mir vorstellen, für den Bentley ist es auch nicht so cool, weil der eigentlich auch da überrundet ist und in einer ähnlichen Position ist wie wir. Und. Puls dachte mal kurz nach oben, ist auch ein Blick. Ja, das ist halt schwierig in so einer Situation. Aber, äh, wir sind anscheinend nur 1 Minute 45, äh, P41. Okay, das ist machbar. Okay, 40 haben wir ja gerade gesehen, hatte auch ein kleines Problemschirm. Kann auch beide BMW, also wenn wir die BMWs nicht schnupfen. Ja, ja. Ja, genau. Der Porsche ist halt so unsauber unterwegs, ne. Also, sorry an das Team, wenn ich das kritisiere. Aber das sieht halt einfach anders aus. Das kann nicht euer Ernst sein. Wirklich jetzt? Hört auf damit. Ja. Ihr müsst doch mal ein bisschen Rücksicht nehmen auf eure Mitfahrer. Was fahrt ihr euch für eine Scheiße zusammen? Hauptsache, er donnert da einfach quer durch und knallt wieder genau hier rein. Kannst du mich jetzt bitte vorbei? Ey, wenn du mir jetzt wieder die Tür zubürfst. Ja. Der Porsche nervt mich jetzt gerade ein bisschen, ne. Das ist vielleicht auch etwas, ich glaube das ist ein extrem schweres Regelwerk festzuhalten. Ne, das kannst du in Regeln nicht machen, aber das ist ja dann halt was mit dem Racer Verstand. Ne, ne. Ich meine so blaue Flaggen, wenn du in einer bestimmten Zeit irgendwie eine bestimmte Distanz aufholst, dass du dann vielleicht halt auch einfach legitimerweise vor einem anderen Auto herfahren darfst, nur dann hinter einem anderen Auto halt feststeckst. Wenn du innerhalb von fünf Runden fünf Sekunden zum Porsche aufholst, dann kannst du auch mal zwischen dem Porsche und dem Aston sein, aber legitimerweise so. Das wäre eine Regelung, wie gesagt, sehr schwer in Regelform zu gießen, aber muss man mal drüber nachdenken. Ähm, ja es gibt einen offiziellen Stream von Zapi, irgendwie, ich kann den Kanal gerade nicht, aber guck mal, äh, unter dem hier GG24H Dokument. Ah ja, Memphis hat es schon gepostet, perfekt noch besser. Danke Memphis. Ich wiederhole es nochmal, wer braucht denn schon ein Bot, wenn man ein Memphis hat? Ja, ich habe Glück und Dizzy kann tatsächlich uns diese, diese Situation, ist immer so eng. Wir müssen einfach unseren, wenn wir einen Bot einsetzen, wir müssen einfach unseren, wenn wir einrichten, den Bot einfach Memphis Bot nennen. Shit. Boah, der Porsche, der geht mir so auf den Sack, ne? Ja. Sorry, ich muss es leider wirklich sagen, nichts gegen das Team, nichts gegen den Fahrer, aber in eurer Umgebung hat man Angst ums eigene Auto. Und der Porsche kann halt extrem spät bremsen, wenn der Ferrari, wir müssen halt unserem Setup halt leider extrem früh bremsen muss. Ja und der Porsche fliegt ab. Aber ey, das hat sich doch abgezeichnet, es hat sich doch einfach abgezeichnet, oder? Die sind aber auch voll im Fight gerade zu dritt gewesen. Ja, trotzdem. All right, also, let's go. Come on, please. Please, 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 please. Please. Schalter doch bitte ein Mal. Okay, dann können wir es halt drauf. Es ist mir gerade T Ugh, wir haben nichts mehr zu verlieren, ich gehe Volleiserin. I don't give a fuck. Also nicht, dass ich der Trennen fest haue, aber ich gehe halt überall. Erg, nicht mehr. Ist mir scheißegal. Wenn die Leute nicht Platz machen wollen, dann... Tut mir das wirklich reich. Nee, das auch nicht. Er hält gar nichts anscheinend. Dankeschön, Aston. Also wenn das gewollt war. Thank you. Das ist eine neutrale Aussage. Ja, war auch okay. Hätte ich sie erst so okay gemacht. Wie du bist auf der Strecke. Das war zu viel mit Positivität. Ist so gerade so auf der Strecke. Du bist neben der Strecke. Ja, das war zu viel Negativität. Ja, genau. Die Track Limits gerade so eingehalten. Oh, das war nah. Zwei Räder nebenan, zwei Räder drauf. Aber stets gemütlich. Bis dann kannst du mir mal kurz die Zeit sagen. Das ist 41. Das kann... Ich bin gemütet im TSB, Leute. Nicht wundern. Ich kann mit den Jungs gerade sprechen. Deswegen sag ich das. Frag ich Chat. Ich mal gucken, wann er ans Auto ist. Wenn man sieht. Wenn man sieht. Da ein Denkrad. Wenn man so vorlesen hat, dass er noch 13 Unterreste hatte mit Chupfunk. Ja gut, das ist... Ja gut, im Prinzip könnte man auch einfach... Oh, ich kann ja auch so... Hallo, könnt ihr mich hören? Ja. Nice. Ich fahr die ganze Zeit müde. Hab ich gar nicht mitbekommen. Ich dachte, ihr redet nicht mit mir. Sollen wir jetzt darauf eingehen, dass... Wir waren enttäuscht von deinem hervorragenden Einsatz. So, dass es möglichst neutral klingt. Ja, ihr habt es gesehen, OSA. Hat sich aber abgezeichnet. Leider. Geht dein Internet wieder, Ava? Ich streame zumindest nicht mehr, aber... Also, der große Paketfall ist zumindest weg. Okay. Oh, sorry, hab mir das doch nicht gehört. Ja, ist okay. Wollt's grad noch sagen, warum labert er aufm Berg? Oje, oh. Sorry, dass ich da mal ein bisschen Kritik anbringe. Äh, noch den abwarten und dann... Jetzt, jetzt, jetzt. Ist immer noch Zeit. Moment, jetzt kommt einer, danach wieder. Jetzt. Ganz raus, ganz raus. Halt, jetzt kommt was. Halt, halt, halt. Jetzt langsam rein. Vorsicht. Jetzt. Perfekt. Oh, sorry. Ja, einfach auf den Geraden, aber nicht auf Werk. Geh mal durch, dass er bei drei Reifen leicht überhitzt, äh... äh, leicht zu viel PSI hat. Ich meine, es ist wirklich nicht böse, aber ich möchte einfach aufs eigener Fahrrad und du darfst hier auf Bethesden nicht durch irgendwas ablenken und lass dich auf den Berg. Eier, ja! Und dann, du musst dich das rein. Du kannst dich das in der anderen Seite einschalten... Du kannst dich das in der donate. die 41 ist jetzt eine runde vor uns muss zehn sekunden er ist gerade vorbei gefahren auf derselben gerade heute an alle die dazu schalten auch vielen dank an ganzen neuen follower hier zeitgegrüßt dann brauchen wir uns auf den sprit jetzt nicht mehr so viele gedanken zu machen ich glaube jetzt echt egal die wird den standplan auch noch mal zwei minuten nach hinten geschrieben mit war also gute dreher plus langsame pace durch autos die einfach vor ihm unterwegs waren über rundungen und so weiter und so fort aber hier die ganze zeit ich bin gemütet also die sie ist 18 runden gefahren auch seins sind bisher ich habe ein bisschen bei petro jetzt würde er bei der 105 runde abschließt würde er 19 runden gefahren sein ja wirst du dann um springen willst du sonst auch den link haben für das live teilen das ist geil weiß ich glaube wenn du noch kein account das muss glaubt noch ein account machen mit voll immer so kompliziert ich kapiert das sind jetzt dann 19 und meintest du dann wenn du jetzt übernacht sein 41 das korrekt der ein fahrzeug ist wohl vom server geflogen brechtes und so was passieren dass man von server fliegt also ich meine oder ja das kann eigentlich gar nicht sein nicht in deutschland dass sowas ist unmöglich nicht nicht heute mit dem netzausbau schweden kann ich das verstehen die haben mal echt schlecht ja oder rumänien zählt die runde wie du nichts ende fahren konntest ich werde heute kein wort eigentlich ich denke mal dass wir das auch ohne hinlegen aber müssen wir echt mal machen wir uns mal vielleicht hinsetzen und hier auch mal ein bot aufschmeißen jetzt bin ich eh öfters mal auch mal hier stream auch strafbereinigt ist der bmw 4 sekunden vorne rein er ist ja noch mal eine ganze runde ne das ist 2 jaja zähle ich noch nicht dazu 4 sekunden plus eine runde